machen wir bereits im costume statt hallo herzlichen willkommen wieder zu einem neuen live stream auf unserem kanal heute spielen wir keine ahnung im teams oder so ja wir machen heute und kreativ keine ahnung was danke für die neuen follower auf jeden fall jetzt sind schon 24 20 und zeigt das video von gestern ab habe ich extra für euch gemacht das das wir sind das 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 Oli war schon ganz schön, dass du ihn mit ihm gesagt hast, dass du ihn mit ihm gesagt hast. Du bist der Karte. Du bist der Karte. Du bist der Karte. Oli, das Karte. Du bist der Karte für dich. So nett. Ich denke, er hilft. Du kannst ihn machen. Ich muss selber nicht denken, dass ich den ganzen Nacht bis jetzt herumgeschüttet bin. So aus. Nee, ich bin 10 km Rad gebaut. Geil, mein Nike-Bot geht gar nicht. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Das ist doch perfekt Simon. So jetzt ist der Nike-Bot da. Jetzt geht's los. Hey, machst du? Mhm. Fress. Sorry, Leute, dass ich gerade is' nebenbei. Oh, mein Handy ist wieder fack. Ich schieße auf, ich war so süßes. Komm, wir. Eh, Mann, komm her, hier. Warte, nimm es zurück, schnell. Nimm es zurück, schnell. Ich muss mir mein Handy anstecken. Danke. Danke. Ich hab jetzt einfach von meiner schönsten Ladekabel gestohlen. Nein, Ladekabel gestohlen. Normaler. Siehste. Was? Ich bin richtig am grinden. Dass ich mindestens Level 140 schaffe, ist eigentlich mein Ziel. Mehr schaffe ich sowieso nicht. Leute, meine Karte. Amon, du weißt. Hey, Maarten. Blau ist ja gut. Maarten. Ein Bad wird echt gut. Aber das ist für ein Bad zu machen. Ihr macht es. Schön. Ja, kommt Wanne. Ich habe gesehen, dass er nur gerade aufgerufen hat. der mann sehr spaß dafür haben wir es nicht was man ist nur spaß kroll party hier und hier einstoppett der controller reagiert wieder mal viel zu spät dass sie gesehen oder ist gar nicht passiert ist ja bitte kurz ausschalten scheiße jetzt hol dich hoch du bleibst du weißt du noch wie ich war oh da meine karte pissig bis ich weiß nicht aufgeschliffen bis zur wölle wo doch aus der scheiß kronen doch mal ich mehr Ich will einen Schuss von seiner Pamperschuhe. Olli? Olli? Ich will einen Nahrung. Ach so, was hat es gesagt? Ich will nur, dass du ihn in den Tant nehmst. Ach so? Kannst du mit den Händen in den Tant nehmen? ja sehr los bin ich nicht Warten wir wieder, wohnen mit dir. Ja, Tomi. Das ist kein Channel, Wahnsinn. Du weißt, dass... Oli, du weißt, dass jetzt schreib mal Ausrufezeichen Apple gerne. Probieren wir die, komm jetzt bitte. Also die, komm ans. Wieso? Ein Chatter, wenn du willst, ob's geht, schreib mal Ausrufezeichen Apple gerne. Ja. Ich darf hier im Timon heim, aber ich brauche, was ich auf den 30 Fuß habe. Er liegt noch mal 10. Haben wir es heim, darf ich im Timon? Hm, was? Ja, komm da. Ich hoffe, ich gebe jetzt 50. Danke, ja klar. 41. Zuerst mit Fett gehen. Ja? 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 Ja, was ist mitnehmen, an das? Das ist schön, schön, schön. Sie gucken, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Die anderen auch. Jetzt sind die an los. Helps, wir haben. Zusammengeschrieben. Ich habe die Anzahl auf dem Film. Ja, das ist gut. Dann hast du alles ausgeschlagen. Ich habe erlärt. Ich habe ihn. Ich hab mich nicht verdreut. Okay. Dann lasert mich mal jetzt mal mich an. Danke! Neee! Fonds, zufällig! Minus 74, der Typ von mir. Boah, du warst gerade der fucking Ass, wenn du shootest mein Heli im Kopf da. Du gehst mit Karma, Armias! Mäzzyko, 30 Watt! Oh, die haben gerade mäzzykont! Schössst, die muss doch! Ja! Meine Lobel, die Grollbarte! Ja, ja, ergeblich lesen des Jahres! Oberer Räume, oberer Räume! Oberer Räume! Ich kann nichts machen! Alle tot, alle tot, alle tot! Du brauchst Räume, die auf keinen Fall! Alles nur wegen mir! Vergiss du Räume! Kapper! Ich hab gerade gar nicht vor einem Fingerfight gesehen, ich hab richtig groß, also richtig Ding! Und ich hab noch einen Minifern jemanden! Hier! Der Gegner, und der Gegner, und der Gegner! Oh ist gut! I'm on the way! Ich brauche ihn! Jetzt, ich hab nicht mehr auch! Ich kann nicht mehr auch so ausballen! ob das ist mann die 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 lolo Los, 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 dran, reiß ich da weit. Und da dann noch. Ja, ich kann nicht auffüllen, ich hab kein Mensch. Ja, geil, geil, geil. Super, ganz wettes gespielt worden, ich hab keinen Platz mehr. Ich hab das Wettbewerb mit dem Kiel gespielt. Zwei Leute unter uns. Hinten wir! Alter, weg! Geh weg! Hab die Gegner, wenn wir jetzt den Loot im Klo überstehen, dann haste ich euch. Ich brauch einen Mets, oder ich hab nicht mehr an. Ich auch nicht weggefühl. Hubschraubern, ein Minus 44. Da können sie alles, oder der Hure ist so, ich auch noch. Der Hure, weg! Ich hab keine Mets, ich hab keine Mets. Ich auch nicht! Dome, komm her, ich hab 300 Mets und gib dir die Hüfte. Ich hab 300 Mets insgesamt, aber ich hab 300 Mets insgesamt. Aber ich hab 300 Mets insgesamt. Ich hab 300 Mets insgesamt. Ja, genau! Ich hab 200 Mets insgesamt. Ich hab 300 Mets insgesamt. Ich hab 300 Mets insgesamt. Das ist nett. Drop dead. Drop dead. Checkte mich. Hah. Good job o. Oh. 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 Deutsche Polizei. Nein. 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 Das lassen weil lieber stimmt. Der wird leichter. Nein. Ich fahrs jetzt. Da drüben hab ich. Die ist so scheiße o. Der scheiß Laut spricht. Der tut mir auf die Ohren weh. Hat jemand Minish? Hör auf. Hör auf. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Done. Meine Problem. Spaß. Ich bin Mini. Selfie. Ja. Hör auf. Die gehört Marcel. Geht weg. Die gehört Marcel. Danke. Danke. Ah danke RaZernmann. Ah, danke RaZernmann. The, the shot 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 on us. I'm on the way! Wir können den... Leute, den Hubschrauber runter! Pass auf, hinter uns, nachher Hubschrauber! Zwei Hubschrauber! Hubschrauber passt dort, der eine! Der eine Hubschrauber dort! Der andere ist los! Einer hat Skibrake, einer hat minus 122 Pass auf, einer hat Snapper! Leute, wollen wir hochchampen! Und mit? Ah, Schiff, wir geben uns so weit! Oh, einer dort, dort, dort! Einer dort! Scheiße, um das Full Squad! Du Volltrottl! Hier ist die Schampert, hier ist die Schampert! Hubschrauber, wir sind drei Leute, und jetzt sind sie hinter mir und das nicht! Ich brauche mich jetzt... Oh, 300, geil! Einer ist auf Drak, weiß ich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Unter mir! Unter mir! Unter mir! Unter mir! Ich habe nicht gesehen, dass das ein Gegner ist! Wo ist er? Das ist so hoch! Ein Deadman-Match nicht gleich zu fort und auf den Sheld einer hilft! Nein! Leute, komm schnell! Der ist zu hoch! Der ist zu hoch! Der ist so hoch! Der ist so hoch! Der ist so hoch! Hör auf, hör auf, und schlipp! Ich weiß nicht, so, das war das war das! Ich weiß nicht, so, das war das! Pack doch! Leute, der Typ ist One-Hack-P! Seite komplett lockt. Oh, es ist eine Elite. Knock! Leute, kann ich mal hochziehen? Kann ich mal hochziehen? Nein, der geht auch nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Nicht so klein! Halt bei ihm alles! Hä? Was machst du? Ich hab 8 Kills. Und hab alles veraimt. Was ist mit dir? Das war kein Ziger Warnshot. Warte! 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 mit dem einen Laser des Lebens, er wird mit Stil, mit dem anderen Laser ich komplett auf eine HP-Runde lege ich mich bekommen, ich lege die anderen auch auf eine HP-Runde. Und hier bin ich Kopp, zieh die. Geh mal weggerocken. So, jetzt habe ich groß, die 23 Meter entfernt. Spaß. Wer träumt und möchte Grotto? Ich gehe Grotto. Spaß. Werde ich nicht haben. Mein Ziel vom heutigen Tag ist Level 110. 400. 500. Hahaha. Du scheiße, wo bin ich klar? Ich bin die Vollidioten. Oh mein Gott. Also, ja gut, habe ich gesagt. Das war krass. Ich habe geworfen. Ich habe geworfen. Ich habe drei Bingenpots, Leute. Und du, du dann. Ich habe drei Bingenpots, Leute. Da, hol mich! Da, hol mich! Das dauert nicht. Hurensohn, kein Kind. da das hast du der was ich für die stadt auf den ausdruck leute junge das ist ein lama er noch ein stück scheiße ja noch unterfliegt leute dominik ziekt heute wie eine ziege weil er gestern so lange auf war er hat was durchgemacht haben also ich habe überlegt warum und dann woanders Das war schon mal gut. Geh rein, steh rein, steh rein, steh rein! Ich hab einfach einen Headshot passiert. So, von Damm zu da ist es. Das hier soll looten und das hier. Alter. Die Giga-Trainer. Oder dich, ha? Das ist nett. Oh. Ich wäre froh, dass er dich überprüft. Schild, wir müssen jetzt mal die Schatten bauen. Ah. Bist du ein Arschloch? Wer? 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 Ich? Ich mach mal zu Arschloch. Stop, dass du überーift! Was ist der Idiot? Junge, Junge. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hab' mir nichts. Geh' noch kurz looten, dann komm' wieder zu Hause. Lass' es beim Sollerweißes'n'gut. Puschn' nicht verrägt' dich. Obwohl, nein, der verrägt' nicht. Der ist eh der Beste. Der hat das eh alles. Der hat eh wie mit 30er Bomben. Wäre so cool jetzt. Ich toste, ich auch. Also, ob ich in den Feldern kein gutes... Nehmen wir doch nicht die Kisten, Alter. Wah, gerade Piste, Alter. Ich geh' ja durch jedes Feld durch und war's komplett. Da hab' ich viel kein Mut. Ich geh' ja durch die Kisten. Kaffee? Ja? Bist Bess? Bess Bess? Bess Bess? Bess Bess? Na! Okay, wir fressen. Ich hab' noch Migi, 20 Farmer ohne Felder. Ich hab' noch's gesagt. Ich habe noch mal weitergedacht. Ich hab' noch mal mit. Ich hab' noch mal mit. Senk! Ja Du bist grüner, ja, gell? Ja Nein Du bist die Ehrenmann, aber kannst du nicht Na! Doch! Du bist ein bisschen wie Doch! Danke Okay, dann hol' wir die grünen hervor Ja Also, ich bin nicht komplett geworden, das heißt, hier Bye, bye! Schönen Tag! Machst du Dominette? Machst du mir dieser Ticke, die zack zack Ich bin müde Ich bin müde Ja, dann brauchst du trotzdem nicht zicken wie der gräste Idiot, ganz ehrlich Und du bist der Kalt, ja Und du bist der Kalt, ja Genau Aber ja Aber fahrt einfach mehr Spaß als schlafen Da muss ich mir recht geben Gegner bei mir, Gegner bei mir Guck, super, ich bin da und woanders Ich bin da und woanders Ich bin da und woanders Weil, Leinen hat ihn wieder mit etwas Ich bin da peelig, sehr Achso, ich es Explosiert Hey Tacy, ich fấy's Da und woanders Es kann auch gar nichts helfen, wenn du willst. Naja. Oh, leckst du mir Morsch! Was? Jetzt Beilern ohne Grund noch nicht, oder was? Komm schon, Rappel. Es ist so leidlich, zwar unten! Nein, 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 nein. L-O-S-T-G. Nimm mit dem Reifen und nimm mit dem, na ja, mit. Das ist nicht. Ich muss bauen, ja. Ich nehme. Oh, was passt das mit einem anderen? So, Tom, mir wird jetzt auch sterben. Na ja, schauen wir mal, vielleicht wie das. Kann man auch nicht, dass es holzt, wenn ich alles bin. Schöner Hit. Mein Pigen kackt ab. Ich kasse die Hosen in den Wettbewerb. Ich kasse die Hosen in den Wettbewerb. Ich war nicht bis zu zehn und er soll noch. Mein was? Hinter dir. Hinter dir. Was? Der holt die Groschen! Hör auf! Der holt die Groschen! Hör auf! Jetzt hör auf, jetzt wird zicken! Und ihr zicken, bin Marcel. Was passiert? Ich bin ein kleiner Barscher. Der lebt. Kapper. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Marcel, ich hab nur die Nacht gemacht, dass du mal warst vor zwei Wochen! Wie war ich vor zwei Wochen? Was darf denn so ernstig in die Zeit zu haben und so Zeit zu haben? Achso, das, ja, ja, ja! Hör auf! Hör auf! Du machst mit nach dem ersten Ort! Ja, ich hab's immer checkt, was weinst! Ich hab so eine Frischhalte volle in meinem Zimmer. So eine Ruhe. Ich weiß auch, warum, fragst du mich nicht. Die habe ich gegen den Tisch gehasst und jetzt ist es am Morgen. Jetzt kann man es nicht einmal mehr anruhen. Hör auf! 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 teams 것을 Mitteln und drinnenanz! right after their hunt? Hör auf! I jetzt ist alles absolut aus! Pfff! 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 Stell dir vor, man kann sich jeden... Toll, wenn... halt jede... na... Jedes Akt, jetzt kann man sich einen eigenen Stil zusammenstellen. LOL! Das war so geil! Ich... das kommt bloß nicht... Ich bin schon leihwohnt! Du weißt... Ich bin schon leihwohnt! Pfff! 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 Wieso bin ich so depp und hab das hier nicht gemacht? Ok, ich versteck's wieder. Nein, bitte bitte! Das Ding sagt nur noch. Ok, hey, direkt muss ich mich gar nicht zum Redsfield gebracht. Wen? Warte noch! 1, 2, 3... Lass! Geh mal nicht drauf, da gut! Alles klar! Halt, der Bart nützt du mal wieder! Na, Oli, Oli, lass es! Oli, lass es! Lass es! Lass es! Lassi! Oli! Lass! Warte noch! YALLMEN! Ja! Warte noch nicht! Warte nochenキern und runter! Und da gib которым! Nähhan, dierostage hast du weg! gegner leben und sagt dass er bei Adresse. Wehe dir. Wenn du das sagst... Oh, ne! Bei mir ist es gut. Pass auf, das ist auch nicht zu der Adresse. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Es könnte sein, dass jetzt mein Stream-Ding ist. Warum reicht die Internetverbindung gerade nicht aus? Ich habe eigentlich guten Ping. Keine Ahnung. So, ne, hast du so geschützt, ne? Ich dachte, warum? Ha! Ja, 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 ja! Pass auf, mein Adresse. Let's meet! Na, ich brauche nicht nur noch. Damn! BAM! BAM! JUP! 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 Händen wir! Weck das! Hoppa! Der Minigun! Ich hätte mich besser mit dem Minigun gesehen. Ja! Dann gehören das! Dafür können wir ins Visor! Geht ohne! Ah, ist gut! Noch ein Lootjob! Ah, ah! Ich kann nicht! Danke! Ja, da kriegst du Scheiße! Goldene Auge bekam sicher ich! Ich bin am besten damit! Goldene Auge, die kann bitte ich! Hey, Marti! Marti, Marti, du weißt ganz genau, wenn du mich übernimmst! Mit was? Du weißt ganz genau, wenn du mich übernimmst! Was ist mit dem Minigun? Komm mal irgendwo Pampone, geh mir was los! Vollene Auge! Ja, rein! Bruder auf! Danke! Danke! Ich kann nicht jetzt! Ich hab meine goldene Auge! Ich hab meine goldene Heavy Snapper! Goldene! 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 Die Quali geht eigentlich, Leute. Die Quali ist eigentlich gut, gut. Ich mach das mit dir. Genau. 754. 5. 5. 5. 6. 6. 12. 11. 12. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. Wie ohne hier wirst du nur noch? Egal, es ist Jonas. Jörp, ey. Überlebens ist ein Stadion. Ey, ich nehme dich noch an. Ach, wo ist das? Ich bedanke mich, das ist ein Spezialdance. Ja, das ist ein Spezialdance. Das ist doch ein Spezialdance. Das ist doch ein Spezialdance. Ach, das ist doch ein Spezialdance. Das ist doch ein Spezialdance. Ich wollte es auch gerade sagen. Tschüss. Ein, zwei, drei. Was fühlst du vorher angefangen? Oh, ey. Entschuldigung. Das ist wohl ein kleines Schuss. Wahrscheinlich liegt... Woher ist das? Ah, Gegner! Enemy spaßet. Ich kann die Akku ironkorn nehmen. FBI, open up! FBI kommt zu. Lass doch! Lass doch! Lass doch! Lass doch! Lass doch! Einer! Einer! Lass doch! Lass doch! Lass doch. Helf mir, Leute! Schaut an mein Leben! Hock. 3-AP. Alles egal. Puff. Das ist gut. Elite Agenten. Finish? Ich hab gar keine. Ah, ich hab da vier gefunden. Komm mal, helf ich mal! Ich hab keine Mets mehr. Ah, nein, ich hab ihn gemocht. Leute, ich hab keine Mets mehr. Doch, ich hab wieder. Oh! Oberli, oberli, oberli! Komm her! Sei leise. Okay. Bitte. Habt ihr irgendeinen Gegner geholt auch? Ja, ich hab einen Knochen. Es sind fünf Leute. Machst du das so weit? Mach mal probier mit dem Aschettkack. Go einer! Hallo, sitze mich! Boah! 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 Ich bin nach vorne gelaufen. Ich hab mir die abgebrochen hittiert. Junge, es ist so scheiße, dieses Game. Ganz ehrlich. So, wo ist jetzt meine Pump? Ja. Wo ist sie? In der Aschettkarte! Ja, wo ist sie? Bleib ruhig! Oben! Es läuft jemand anders. Ich brauch gar nicht probieren, eine Aschettkarte zu holen. Haaaah! Ich war hermisch so. Ich hab dich getrunken. Was? Was? Challenge board! Oh Gott! Wop 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 wop! Steine! Oh Gott! Was machst du nicht? Wo fährst du hin? Fähr weiter, schießt Heli runter, schießt Heli runter, raffeln! Hier liegt der Zeck! Ich habe keine Meds! Oh, sie hat krackt! 22 White! Ja, ist durchgezogen! Ich hab mir gerade EP-Münze! Ich muss das machen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wer schießt uns? Ich gönne mir gerade EP-Münze! Oh mein Gott, ich werd geläsert. Ich hab keine Mets mehr, geil. Schön. Junge, chill ich muss mich hier. Ich hab keine Mets mehr. Oli, hast du Mets ganz dringend oder Raffi? Irgendwer. Ich brauch ganz 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 dringend Mets. Danke. Kannst du mir auch mal was droppen? Ich hab jetzt ca. 500 Mets. Ja, ich hab ca. 800 Mets. Danke, danke. Braucht ihr ammo? Kommt her, ich hab den, hier. Was brauchst du, Sniper? Ein bisschen kannst du alles haben, Sniper, hier Hälfte. Oh, ist so nicht verregt. Ich hab zwei Abweh. Wo machen wir Gegner? Ja, ja. Wo machen wir? Hat jemand noch Bandagen, ne? Verst du, Sniper? Ich hab die Möglichkeit, die Böhle nicht so. Ja, ja. Das ist so schlecht. Dann machst du dir das auf. Das ist so schlecht. Was? 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 Ja, bin ich. Ah, knapp. Kannst du mich auch hüten mit der Bandage-Bazuka, bitte? Raffi, du verrückst an die Sonne, gell? Du Idiot. Sache. Einer läuft außerhalb der Sonne! Mir ist 22 Blue. Komm, Appi! Okay, die sind dann. Hosea, äh, äh... Komm, Appi! Die gehen mal hin! Oh! Ob sie's würden? Das war Heim-Snapper! Du den? Hey, Marz, wer von der Wand gemacht ist? Er hat von der anderen Wand gespült. Ja, sicher. Ich hab's gesehen, wie er mir in die Fresse geflogen ist. Hat jemand Minis nicht, oder? Ja, ich hab's noch. Ja, bitte. Danke. Ich geh zum Lagerfeuer. Alle zum Lagerfeuer, Leute. Ja, ich hab Lagerfeuer. Das hat mich zu. Was ich für sie in den Krieg treiben? Ja, genau. Förtlich! Ich bin stomach! Ich bin ein Knochen, ich bin ein Knochen. Mach ich! Ich bin in einem Knochen. Ich brauche Mets, campen wir uns in den Keller rein, dann können wir unten ein paar Mets holen, ein paar Pilz. Opa, da hast du das Schubger. Ja, kommt mir auch. Wir wollen einfach sparen, mit dieser Kieße. Oh, der Pamtone ist hinten hier oben. Ja, kommen wir aber. Ja, sicher. Ja, ich gebe dir auch noch. Da liegt ein Blutpuff, weiß ich nicht. Raffi, da legen wir nochmal 10 Schuss. Ich trete schnell auf Warn, weil. Ich trete mal vor ihr schon noch. Heute, Raffi und Andi, weil ihr ja Mod sein müsst, aber bitte auch beim Stream dabei sein, gell? Nicht einfach so Mod sein und... weißt schon, wie ich mein', oder? Da, 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 da... Ich sage, ihr müsst, auch wenn ihr Mods seid, bitte bei meinem Stream, wenn ihr nicht aktiv seid, weil wenn ihr nicht aktiv seid und Mods seid, du weißt schon, was ich meine, oder? Ich habe die Nachricht direkt auf meinen anderen YouTube-Channel bekommen. 157er oben! Es sind zwei Spieler. Ich lese dich in der Luft. Warte, ich probiere, in der Luft zu... Raffe, schnell! Ich habe selber Spendagenbesuche. Probiere zu bauen! Einer Baut, einer Revived! Ich bin mit mir! Ich habe ein bisschen Spaß, Alter! Oh, ne Chief Break! So, was? Ha! Na, da haben wir nicht. Ich muss noch die Woche. Facko! Hey Martin, mach ein anderes Video! Ich fache mir vielleicht! Mein Neckboot streikt mal wieder. Das ist ein Neckboot. Warum streikt meine Neckboot? Warum streikt meine Neckboot? Seit... seit... 53 Minuten. Was ist denn Oli? Schreibt mal irgendeine... Oli, probier mal die... die Kommands. Die weiß schon was durch. Wegen Neckboot. Probier mal durch, alle! Oli! Ah, wie ist denn ein Neckboot? Mach sie! Jo. Oh, weh! Weißt du jetzt noch im Stream? Ich! Okay. Oli? Ja. Kannst du bitte mal reinschauen, irgendwas in den Chat? Ja. Das ist der Oli. Du weißt schon. Ja, das ist der Oli. Das ist der Oli. Probier mal die Ding durch. Die ganzen Befehle von Neckboot. Probier sie bitte mal durch. Irgendwie. I think er geht nicht mehr. Neckboot. Das ist ein Problem. Es kann sein, dass ich mal ein Stream sonst noch starten muss. Geht das? Ich habe einen Nix schräg und die gibt's. Ah, jetzt. Moin, was geht? Ich darfst doch gerne ein kostenloses Abbot da und aktiviere die Glocke um nichts zu verfassen. Ja, aber bei mir. Bei mir. Ach, jetzt. Ich habe mich gerade gesehen. Hallo, Blanche. Ich mache jetzt sowieso Dingens. Ich mache jetzt Befehle für Neckboot, die nur die Mods benutzen können. Bin ich Mod? Jo. Ah, ich bin schön. Bein. Bein. So, cheater, lecker, lecker, lecker. Arriba. Wieso? Wieso nicht du musst dich? Schlecht in der Gegend. Weiter, Adi. Ich bin noch nicht so hoch. Noch nicht so hoch. Ha, 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 ha. Sorry. KONTU LEVEL! Und weiter. KONTU LEVEL. Ich bin fast KONTU LEVEL 800. Ah, du spielst ja Season 7 und bist fast so hoch wie du. Bei welcher Season spiele ich? 2. Was? Nein, du warst nicht so hoch. Seit Season 2 habe ich das Spiel kennengelernt, aber seit Season 5, äh Season 4 Ende. Also letzten Tag Season 4 habe ich angefangen. Hab die 5 Jahre gemacht und am nächsten Tag ein neues Abtis habe ich nochmal 5 Jahre gemacht. Was habt ihr nicht durchgehabt? Season 5, oder? Season 5, ah ja. Season 5 habe ich gar nichts, bis auf ein paar Freepass-Stanze. Äh, da habe ich kein Geld für Fortnite ausgegeben. Ich hätte Dinge, ich war glaube ich normales Level so 30 oder so auf dem Freepass, ja. Hava hat nicht gewöhnt, Alter. Monja. 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 Ja, da war ich noch nicht gut an. Ich habe ja auf dem PC gespielt, ja. Da habe ich mit 30 FPS gespielt, er hat durchgehend nur gelegt. Ich bin keinen Schritt gegangen, ohne dass es durchgehend gelegt hat. Ihhhhh. Das haben Sie, was müssen Sie mir so was tun, bitte. Ihhhhhhhhhhhhh. Ihhh. Nach, den Helmchen noch da. Ein Traum. Wiss der Süß! Okay, Leute, ich glaube ich schaffe 111. Holter. Ok, Leute, ich steh denraft den letzten Mal hier im Süß. Traum. Oh mein Gott, das ist gut so besser Junge, jetzt habe ich mich verhört wegen dir Du darfst nicht so früh finishen Sorry, dass ich so los bin, ich will nur auf den Schritt gehen, dass ich hier komme Du willst, wo ich nie wusste Oh nie, oh nie Ich lebe 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 bekomme ich auch noch ein mini bitte bitte auch noch ein mini ich will jetzt heute auf jeden fall noch vollgoldmeider skin werden mehr will ich gar nicht mehr wenn ich dann level 140 bin werde ich meine schwester helfen dass sie meiner vollgold bekommt und dann wenn sie auch vollgold ist dann werde ich wahrscheinlich also sonderweil noch andere spiele zum beispiel gta oder so spielen nächste season überlege ich noch ob ich mir mal battle pass hol weil ich gar nicht mehr weiß ob ich so aktiv dann noch mal nächstes season spiel ja ich weiß es mir taugt das spiel nicht mehr so man macht es nicht mehr so man macht es einfach ich mache das spiel einfach so genau es macht halt einfach keinen bock mehr es ist immer das gleiche du gehst es eigentlich immer dasselbe du gehst in die runde rein stirbst fertig kriegst in die runde rein stirbst 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 dann holst du irgendwann mal victorial und dann bist du wieder stirbst 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 und dann hast du eine woche drei wochen wo du gar keinen win holst und dann hast du eine woche wo du gefühlt bei jedem gegner direkt verreckst ohne dass du wartest junger simon egal nur eine gehen zum beispiel sind wir machen immer koste immer machen leisten kannst du nur die ps4 machen es geht es mit schlacht ich weiß dass wir zu schwach ist das geht gar nicht Ja, endlich mal im Laner-Netz. Weil Leute, manches Mal bekomme ich so Meldungen, dass die Quali nicht, also dass die Internetverbindung oft für die gute Quali, was ich schon aufspiel, weil ich streame auf alles was geht, 60 FPS, 720, geht ja nicht. Bei PS4, so hoch streame ich und mein Internet reicht so halbwegs, aber ja. Ab und zu sind halt größere Lags und so mit 54er Ping normal geht eigentlich. 54er Ping ist bei mir normal, Leute. Ja, ich hab hier normal so 30er Ping, wenn ich kein Ding hab, wenn ich nichts streame oder so. Auf der Petra ist noch mal ein 15er Ping. Bei mir ist 30er bis 70er Ping normal. Einmal hab ich viel Lack gehabt mit dem Internet da und am ganzen Tag ein 17er Ping gehabt. Ich war bei einem Freund, der hat halt auch eine Switch. Und da da war ein Bug, der sich ganz schnell angezeigt hat, dass er ein Nuller Ping hat, aber auch nicht gehabt. Bei mir hat das letzte Mal auch geliked und ich hab nicht geradeaus noch vorgehen können und habe anscheinend einen 1er Ping gehabt. Obwohl ich gefühlt den für 500, 600er hatte. Und es ist ein... Hat doch jeder von euch schon den Stream geliked? Ja. Hey. Hey. Ihr müsst rein spammen, Leute, dass wieder der Stream gepusht wird und an die Startseite gelangt. Einen Stream haben wir schon geschafft. Mit, glaube ich... Ich weiß jetzt nicht, wie... Ich glaube fast 10 Likes und über fast 800 Comics. Ja. Ja. Wie ich hier auf 52 gepusht hab. Mhm. Weil du mich gepusht hast. Von den Comics her. Ja. Genau. Ja. 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 Wenn du das dann drauf und weg und weg, dann geht das. Ja. Also du dann traust du auf oder haust rauf. Und weg. Und weg und weg. Ab und weg. Mhm. Geht so. Mhm. Was? Nein. Nein, wir bringen eine Wien. Lol. LOL. Wie viele Emo hast du? Hier. Ich geh schon weiter. Ja, ich beschützt dich. Okay. Nein. I have a trumpet, I have a trumpet and a bounce bat When are Iwyned rit? I see the fear of the lake because of the Dutch Diana Vika The dream of this avalia is that of the Dutch Diana Vika it's cause of the essence i find Ja, also auf jeden Fall, weil Ghost ist jetzt bei mir schon so lange dabei ist, auf jeden Fall Ghost ist 23, folgt ihn auf alle auf YouTube, ich werde jetzt, weil er so Ehrenmann-Mott ist und immer da ist, wenn man ihn braucht, so wie meine anderen Freunde auch, aber er macht halt YouTube, werde ich jetzt, weil ich Ehrenmann bin, in meiner Videobeschreibung seinen Kanal-Link rein machen, dass alle ihm folgen können. Ich habe richtig viele Mets, ich habe insgesamt 1700 Mets, ich habe ganzes, ich farm ganze Zeit und dann fangen wir mal an. Das ist bei mir immer so, ich fahre mir Mets bis zum Tode, habe unendlich viel Mets-Gefühl und dann verrecke ich einfach. Es ist so. Hat jemand da eher immer von euch? Ich habe 98. Ich wollte es probieren in den, also wo wir jetzt frei haben von der Schule, also in Corona, dass ich jetzt jeden Tag, also jede Woche mindestens vier, fünf Streams sogar mache. Aber es ist so unmöglich mit Lernen, also lernen müssen wir momentan ja nicht viel, aber den mit Hausübung machen und dann meistens ist es bei mir so, dass ich nicht lange zocke, ich gehe meistens immer draußen bei schönem Wetter und eigentlich nur drinnen bei nicht schönem Wetter. Und ich habe jetzt auf jeden Fall bei Twitch auch angefangen, ich glaube, den Link mache ich auch in die Beschreibung rein. Was ist? Ich picke jetzt aus dem Wetter. Was ist? Ich picke jetzt aus dem Wetter. So gerne. Ne. Die mag ich. Ich finde sie nicht so geil. Cool, cool. Ich habe sie ernst. Was ist denn? Junge, du schreckst mich. Du schreist wieder. Alle zu ihm, alle zu ihm. Alle zu ihm, wenn wir ihm begegnen sind. Was ist denn los? Rennen wir den Robi. Okay. Es sind noch 16 Leute, 14 Leute im Leben so und wir haben noch keinen Kill. Was ist denn los? Ja. Wann ich zu Halloween ein Fortnite spiel? Ja. Kann ich mal in Skull zu fahren? Und entweder die Sense oder die andere. Warum Skull zu fahren? Mit echtem Geld? Mit echtem Geld? Was? Mit echtem Geld? Ja. Also Ochi Skull zu fahren ist nicht mehr drin. Ehe nicht Ochi Skull, aber nur Skull. Ja, da. Wann dann weiblichen Skull kaufen? Ja, ich auch. Ich kaufe mir auch Skull Schupperin, die sieht viel geil aus. Ich finde Skull geil. Skull, aber ich finde männliche Skull so super. Normaler männliche Skull. Meiner Versurs hat es so eh tun, aber normaler männliche Skull ist so super. Schau dir Brutus an, Junge. Ja, okay, der war so für Mackie. Ja, der war wirklich so für Mackie. Bei Mackie ist es jeden Tag. Jeden Tag mindestens 15 Cheeseburger. Double Cheeseburger. Ich bin, ähm, was zu Donne, wenn wir zu Mackie fuhren. Na? Seitdem ich gesehen habe, wird Chicken Nuggets hergestellt. Chicken Burger. Ja. Sechs Schuss. Das meiste ist eh nicht real. Ja, hier ist sechs Schuss. Wow. Hier habe ich sechs Schuss. Ich spiele Lille und er kann. Ich habe Sensor. Ich habe Sensor. Ich kaufe mir auch Sensor. Ich habe Sensor. Ich habe Sensor. Ich habe Sensor. Ich habe Sensor. Entweder Karten und ich habe Sensor, oder die andere Pickles, die was da fixen würde. Ich habe auch heftig. Was? Ich weiß nicht welcher es ist. Nein, weil es ist fix, bitte. Ich habe meine Sensor. Minimese. Nele. Rein sie nicht. Jele. Rein sie nicht. Enimese! I'm on the way to die. Spass. Ich, der ist ablehnt. In die Luft. Was? Die Scheisse. Oh, das ist ein Kaka. Ich glaube, den Berg braucht es. ich habe über 2000 habe fünf jahre gefahren ich sag gleich habe mir da keiner eben gleich wollte sie nur mal probieren ich wollte ja kann man probieren ich habe ich gerne damit kommen ich trifft keinen schuss werden angeschossen von irgendwo neben mir gegner hey leute ich habe dingens was getroffen mit der karten und auf jeden fall werde ich eine whatsapp gruppe auch erstellen da kann jeder rein da kann jeder rein der meiner ding ist wird dann ich muss ja immer selber um klingel drüber heißen eine armee herunter geschossen ein komplett lost oh mein gott oh mein gott was ist der HP? 2 HP 2 HP sind wir eigentlich im Fallschaden verreckt wo ist denn der? darf nicht finischen ORBIN komm her komm her komm her Haram 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 geht weg bin wir so heftig 2 kills nur 1 kill 2 kill wenn Marcel versucht tunneln checkt es aber nicht du hast tunneln versucht das hast du es aber nicht geschafft was habe ich nicht geschafft tunneln ja du hast halt so gebaut und dann holt er es dafür nicht achso einmal gejokt ja na ich habe einen falschen Knopfdruck bei der Scheiße die Hose schon wieder ja mäh mäh großartig großartig du bist sicher ehrenmann uns verämst einmal rein in den Chat ups bist du da? ja hallo hallo ja kennst du ähm im Gameboy Advance Nope Gameboy Advance das ist der Gameboy den Topfutter da habe ich 2 aha einer ist 1000 Euro wert aha so nach dieser runde Pedale zurück in die Lobby ich muss nach dieser runde schnell die Beschreibung ändern dann muss mal einen Twitch Link reinmachen ja du mit dem Twitch ja und Ghosty verlinken bei Raphael du machst ja kein Youtube oder bei wo ist du 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 das 0 Abonnenten machst keine Videos ich habe 2 Millionen bei mir steht das 0 ich habe 2 Millionen ja oh die ja ich bin der Beste ich bin der Million sehr guter Anfang Bro auf TikTok bin ich Bisse bis auf Youtube auf TikTok habe ich hier 100 irgendwas Follower auf TikTok habe ich hier 100 irgendwas Follower hey große Spielkarten zu machen du verlinkst mich und ich verlinke dich die 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 Abonnenten die du schon hast ja genau oh mein Gott bin ich Lust Ich spring runter ich dachte ich war auf der Seilbahn ich wollte zu Oh mein Gott, bin ich lost! Was? Das muss man schnell verlieren. Der Havara, was ist denn? Der Havara, der Bote zog! Es ist so schnö, wir wollen mit der Welt im Geist. Ich glaube, ich habe das Beste. Es ist so, die Bote sind einfach so stark, finde ich. Brutto's nicht mehr. Schatz! Oh oh. Oh oh. Das ist gut, dass... FBI! FBI! Open up! Wir feisten gerade, Leute! Seht ihr das nicht, oder wie? Oh oh oh! Oh! Ich würde, wenn ich könnte, bei uns hin gegnern. Oh je! Oh, ich habe mal einen, den es gepackt wird. Aber ich muss mich nicht zuziehen. Oh, ich habe mal einen, den es gepackt wird. Ja, warte, ich muss dich schnell heilen. Ich wollte gerade bauen, aber mein Huhn-Controller macht nichts, wie immer. Egal, wenn ich es kraft bin, dann zerfetzt ich alle. Braten OG! Moin, was geht, Bruder? Ich habe einen Mann, den du eingeschaltet hast. Moin, Moin! Marcel, ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Es war nicht falsch, ich war ein bisschen los. Müsst du mitspielen, Brudi? Es geht nicht. Ich spiele wie du klärtest. Na ja, schauen wir mal, wenn er mitspielen will. Brudi, Brudi! Schau mal rein, ob du schon abonniert hast auf Ehrenbruder-Basis. Andi hat die Brücke verlassen. Wo machst du das wieder los? Abo ist ja erstmal da. Danke, Bruder! Ehrenmann! Marcel, wie viele Vipack hast du? Was? Wie viele Vipack hast du? 1225. Ich... Ich... Schreib mal deinen Epic in die Com... Schreib mal die Epic in die Kommentare rein, dann kann ich die gehenden, wenn du willst. Marcel, schenkst du mir was? Ne, ich muss wieder Vipack auf ihm. Warum? Es ist öffentlich. Na noch ne... Oder... Weil ich... Ich... Ich schaue mal, ich guck doch mir! Grüß der Ärmermann Bratanocchi. Ja... Woah... Brust... Brust... His? Warum will Andreas nicht mehr mitspielen? Weil er nicht solo macht. Oh, scheiße. Dann hätten wir auch einen Platz frei, Bratanutschi, wenn du mitspielen willst. Karki! Kannst du den Krittus machen? Vier Zuschauer, lol, wer ist da drin? Ich? Juhu. Bin aber voll lost. Komplett egal wie lost du bist. Ganz egal. Wahrscheinlich bist du eh nicht lost. Also ich find gar keinen lost, glaub mir. Brauchst dich nicht schämen, komm einfach rein, schreib Epic. Null Problem. Egal ob du lost bist oder nicht. Ich bin auch nicht der Beste, also. Jannik zu 108, wer ist das? Raffael, mach mich zum Gruppanführer. Warum? Doch, mach mich zum Gruppanführer jetzt. Warum? Weil ich Youtube mache, also weil ich gerade Lasschen mache und nicht Ding. Wird nicht gefunden. Wird nicht gefunden. Schreib mal wo du spielst. Auf wer spielst du? Schreib mal, spielst du PS4 oder was spielst du? Schreib mal, spielst du PS4 oder ich hab mich zum Gruppanführer noch. Schreib mal. Schreib mal. Schreib mal. Jetzt kommt er mir schon auf. Schreib mal. Hey, Nassri, geh mal mal sehen. Kann ich nicht drüben, so kannst du mir jetzt verstecken, ne? Ja. Ja, dann. Ja, warte jetzt. Oliver, bist du im Stream drin? Pratanochi, wenn du noch da bist, schreib mal rein. Schreib mal rein, sonst müssen wir runter starten. LOL, vier aktive Zuschauer. Pratanochi, grüßige Hände raus auf Ihre... Ok, ja, wo bist du noch da? Ok, perfekt. Schreib mal, auf was spielst du jetzt? Spielst du auf PS4, Mobile, Switch, keine Ahnung? Xbox? Ich stelle mir gerade einen Account. Passt doch, egal. Alles gut. Schreib mal rein, auf was du spielst. Mobile, Switch, keine Ahnung, Xbox, PS4. Ich bin auf PS4, PS4 perfekt. Ähm, probiere ich mal schnell über Playstation dir eine Freundschaftsanfrage zu senden. Was hast du da in deinem Profilbild? Schreib mal rein. Eine Katze. Kampra 007. Hab dir Freundschaftsanfrage geschickt, Bro, und musst nur noch reinnehmen, dann kannst du reinkommen. Nimm die Freundschaftsanfrage an. Ich hab dir schon vorhin noch ein Zeugang geschickt, du musst nur noch reinnehmen. Kann sie sich einfach reinnehmen. jetzt warte mal zuerst mein freund jetzt schauen wir schnell warte kam jetzt zum admin rafael mach mich jetzt zum admin mach ruhig zum admin das ist der mach mich zum admin moin hallo danke hallo moin brudi wer bist du royal bomber du bist los sagst du ich glaube du wolltest uns franken oder hallo schon okay wer bist du wahrscheinlich kommt jetzt gleich mit rika doch doch ein paar runden und frage roh wie bist du von unseren kanal gekommen ok danke dass du drauf gekommen bist so was soll ich jetzt sagen ich weiß nichts mehr ah ja hast du das gehört kannst du willst weil ich habe für ding allerdings also alle abonnenten sich ab für meinen youtube-channel den eigenen also einen eigenen server gemacht und du wirst kannst du reinkommen video beschreibung so 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 wie alt bist du wow du weißt das rafael naja mal ja japan chines 后 tres tres Drei. Er sagt, er ist tot, weil der Auto voll lebt. Welch? Kenntest du? Machst du auch YouTube oder Twitch irgendwie? Nein, 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 nein. Hallo? Kandra, wie soll ich dich nennen überhaupt? Sag mal. Keine Ahnung. Sag einfach, wie du heißt, wenn du willst. Kannst du dein Mikrofonpegel und wenig lauter machen, du bist richtig leise. Ja, flieg, flieg, flieg. Wahnsinn. Du bist ein Blut! Du bist ein Blut. Das war ein Blut. Bist du am Hohenmalsch oder Bärbeln? Kanbra? Ja. Ich weiß nicht wie man sie nennt. Wie soll ich dich nennen? Sag mal deinen Namen, wenn du willst. Wenn du nicht bist. Willst du sagen? Gutes Dach! Nö, du bist einfach auf der Böse. Wie? Wie soll ich dich nennen? Du bist einfach Trimax 3.0. Wie? Ich hör dich so leise, du musst ein Mikrofon piegeln, wenn ich lauter mache. Trimax 3.0. Okay, dann nenne ich dich einfach Trimax. Tidak! Du bist einfach auf der Böse. Du bist einfach auf der Böse. Nein, du bist einfach auf der Böse. Hier, Mini für irgendjemanden. Auffällhaft tanzen. Spaß. I'm dead. I'm dead. Seit welcher Season zogst du so? Trimax? Eigentlich seit Season 1. Oha? Oh, G-Skins auch am Start. Was? Hast du Tees-Skins oder hast du keine Tees-Skins? Wir gehen noch, oder? Hey, nein! Bleib schon! Oh, zwei! 86 hat hier! Mann! Mann! ich habe einen schönen kopf versohlt und wo kommst du deutschland ok ich habe 18 schuss was ist wichtig es hat gerade kommt weg gelegt ist nicht passiert ich vollidiot bin in meinen mobilen daten ja ich bin ich glaube ich bin ich trau ich hoffe nicht ich will nicht wieder draufzahlen habe ich mobile daten für handy lässt du uns nicht verbunden nein ich tue ja schon über handy live stream schauen braucht bei mir immer verdammt viel verdammt 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 viel ich tue nur noch viele daten ich habe 30 gb im monat ich habe auch so viele aber ich verbrauch sie nicht ich bleibe immer 10 gb im monat ich verbrauch sie nicht ich bleibe immer 10 gb im monat warum hast du denn so viel mit dem helikopter Leute hier liegt ein mini und bg ein mini, bg denke ich ich bin mir vor ich bin mir vor ich bin natürlich ich bin mir nur ich bin ich ich bin mir vor ich bin nie ich bin mir vor ich bin nicht so ich bin deinopt churches eigentlich wegen dem werden aber du jinが ja �를 kleiner kann Du weißt ja, bei YouTube gibt's Mods, gell? Ja. Müsst du Mod werden? Ja. Aber dann müsstest du bitte Dingens... Ich vergebe nur Mods, wenn den... Also ich habe jetzt schon ziemlich viele Mods, wenn ich ehrlich bin. Aber Ding, dann müsstest du bitte so aktiv meine Streams auch schauen. War das okay? Äh, ja. Wo du bei jedem Stream, was ich mache, vielleicht kurz mal vorbeinschaust. Ja. Können wir über Mod Easy reden? Können wir über Mod Easy reden. Nee, bitte Leute, zeigt mir wieder, wo der verdammte Windzug ist. Jetzt drehe ich wieder durch. Leute, wo ist der Windzug? Bei mir? Markiert mich bitte schnell. Markiert mich bitte schnell. Oh, einmal in meinem Leben nicht verpennt. Puh! Hauptsache, ich habe meinen Dagen-Bazooka. Hauptsache, ich habe einen Dagen-Bazooka. Hauptsache, ich habe einen Jumper trotzdem. Danke, Raphael, dass ich mir gezeigt habe. Ja, ich habe auch noch Jumper. Ja, ich habe auch noch Jumper. Nein, ich will sterben. Nein, ich will sterben. Oh mein Gott. Raphael, wo bist du? Okay. Die Zone macht doch ziemlich Arge. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Hat irgendjemand wo eine Pump? Ja, Pump. Hast du mich verstanden, was ich gesagt habe vorher? Äh, Trimax. Was? Also nicht? So. Hast du Pause gemacht und in der Zwischenzeit mit Fortnite oder immer gespielt? Schön. Ich muss meinen Stream schnell neu öffnen. Ich muss meinen Stream schnell neu öffnen. Oh, ich wuchte! Oh, ich wuchte! Oh, ich wuchte! Oh! Gebrüder Grimm. Spaß. Bratan. Dein Name Bratan-Ochi. Gell. Wann hast du dir den ausgedacht? Oh, das war ja. Oh, das war ja. Yes. Bratan-Ochi. Bratan-Ochi. Richtig so, 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 richtig so Bratan-Ochi. Spass. Wenn du jetzt im Stream reinschaust, siehst du, dass ich Ding hab, Sehnseh. Bist im Stream drin? Ich würde interessieren, wer ist jetzt noch... Leute, du bist im... Oha! Ich bin nicht drinnen in der Stream. Ich glaube, weißt du, wie das sonst leckt, oder? Nein, mein Handy ist ganz drinnen. Was? Jetzt knacken, ja. So. Ich hab' meinen Handy auch geta... Ähm... Ich hab' den Stromspawn drinnen, halt. Nicht den Stromspawn, sondern den normalen Stromspawn. Und der hat's nicht... Und den... He! Ich hab' den Stromspawn drinnen. Ich hab' den Stromspawn drinnen. Und der Saucis ist jetzt hier. Wow, ich würde so gern rausgehen, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich nach dieser Runde vielleicht züber innen und rausgehe. Der braucht so ne gute Luft. Also bei uns. Solange nichts Corona verseucht ist. Frick's Corona, wenn ich ähre bin, schade, dass es den gibt in Corona. Aber ja, Leute, wie gesagt, seid einfach alle normal, also seid einfach alle, denkt immer nach und bitte keiner von meiner, von meiner X-Moselle der Gamer 2.0 habe ich, der Name, mein Name, ich habe den X-Moselle der Gamer 2.0, gell, der Name, gefühlt spricht sich der ins Unendliche, das Richtig Lange. Enemies! Wo ist ein Enemies? Kunst ist die Stimme drauf. Einer hat gedisliked, Leute, wer hat gedisliked? Trimax, das ist du? Nein, ich. Wirklich? Ja. Warum? Einfach so, aber zu essen. Nein, Digga, ach, du schützt die ganze Zeit. Mach ihn bitte, Fährer weg. Deine Tat, Enemies. Na, dann mach's aber weg, bitte. Oh mein Gott, komm. Ich bin komplett gelaset worden, ich habe von 200 Lehmens gefüllt, null. Einer hat vor mir komplett one shot. Endlich ein Traum. Aber keinem. Ich hab keinen Schuss. Einer dead. Ja, den hat die geholt. Ich hab einen Heal gegangen. 150er, die Blinden. Ich brauchte bitte Heal. Du wirst nicht. Dafür passt man ihn. Danke. Ich hab gar keinen Schuss. Ja, ich geb das sofort. Ich hab keinen Schuss. Ich hab keinen Schuss. Lass mich. Achtung bei uns. Mir ist 20 Wide. Noch mal 20 Wide und erst immer den Geh. Doch, oder hast du nicht mal einen Hupfer gegeben? Oh loil, ich hab voll ein SLG-Money. Benden Bosse 100. Ach, das nehme ich nicht, ich hab auch. Und dann mach sie ins Lachen zu dahin. Da gibt's immer noch Ahnung. Kannst du auf Ehre mal ein Ding... Hallo, äh... Ghostys, kannst du dann nach dieser Runde auf Ehre mal kurz Chat spammen? Ich will wissen, ob die Anzeige auf der PS4 noch geht. Weil dann ist... Dann geht's nämlich jetzt schon, glaub ich, ca. 2 Stunden geht die Anzeige für die Nachrichten. Ab der ersten Viertelstunde geht die Anzeige nicht mehr. Wie viele Paar und Schuss habt ihr? Ah, 123. Ich hab's selber. Komm her. Ja, geht, danke. Aber spammen kannst du trotzdem. Wir haben erst 48 Nachrichten. Die 100, 200 können wir hier voll machen. Schau, 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 schau. Knock, einen Knock, einen Knock. Bratanochi. Da läuft der. Schön. Warte, irgendwo ist ja noch einer. Den haben sie einfach zurückgelassen. Hä? Wo? Wo ist der Knock, der? Hä? Ich hab erst einen Knock und einen Knock. Das gibt's nicht. Hä, wo ist der Knock, der? Hä? Hä? Wow. Du musst hören. Der Masse, bräuch. Tschau, tschau. Kannst du noch stream gucken, oder? Ja. Kannst du noch stream gucken, Bro? So. Ist jetzt weg? Sorry. Mal gucken. Hm. Tschüss. Tschüss und Spannung. Kongress. Knax! Knax! Warte, ich kauf hier immer schnell. Und einen Link von meinem Twitch-Channel, und ihr seid live dabei, und Leute, Biografie-Einstellungen-Konto Ben Bosser Oha, wir sind jetzt alle drin, Tim King Leute, ihr seid sicher ihren Männer, oder? Und folgt mir sicher auf dem, auf Youtube, ich bin gerade live Ne, Spaß müsst ihr nicht, wenn ihr wollt Hallo Hallo Moin Hallo Ja Ben Bosser Raus Ja Müsst ihr mir auf Youtube folgen? Äh, abonnieren Ich glaub, ich weiß nicht, wie du heißt Warte Schreibt da unten links rein in den Chat Ja, mach ich gerade Ja Wollen wir Team spielen? Habs reingeschrieben, ja, können wir machen Aber da müsste einer raus Ja 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 Ich hab den Namen links unten rein geschrieben, siehst du ihn? Ja, warte. Du musst noch ein bisschen hochscrollen. Warte, du musst hier wieder hochscrollen. Der hat mal so viele beigetreten. Warte. Du hast einen guten Namen. Weil dich werde ich bestimmt finden. Was? Du hast einen guten Namen, weil ich werde dich bestimmt finden. Danke. Andere Freunde, die heißen immer so. Irgendwie so einen Namen, den ich für die da habe. Und dann finde ich den immer nicht. Ich habe mit Absicht lange Namen gemacht. Damit es 3000 von dir gibt, ne? Ne, gibt's nicht. Aha. Trickshot. Perfect timing. Seid die besten nur für euch. Ja. Habe ich gemacht. Aber ist da. Ehrenmann, Bro. Jetzt habe ich in meinem Ding rein. In meiner Beschreibung auch den Twitch-Link rein gemacht. Junge Junge. Hallo, Can. Kannst du überhaupt reden? Rafael, kannst du jetzt bitte den Dislike-Rack machen? Oh, ich kann reden. Ah ja, stimmt. Nennt man Schwede? Seid ihr okay? Es ist ein Zwer. Aber nicht aktiv. Wie heißt ihr? Ich heiße Marcel, aber wie meinst du? Ist er in echt jetzt? Dein Name. Ja, weil dein Name ist lang und zum aussprechen. Einfach Marcel. Hätte ich mir denken... 22 Abonnenten Jahre Jahre. Danke Leute. Eben waren 25. Hm? Eben waren 25. Warum? Weil ich jeden abonniert hab. Warte, ich hab noch ein paar andere Accounts. Dann mach ich die 30 Abonnenten. Also, ob du... wirklich? Machst du das? Also, ob du das machst? Ich hab einfach nur vier andere Handys, Alter. Aber ich glaub auf zwei... Wenn du das machst, Junge, grüßt der Ehemann. Dann bekommst du auf einen Account-Mode, wenn du willst. Ich hab einen S1, einen S3 und einen S4. Und meinen S7, das ich jetzt gerade habe. Lol. Ja, wenn du das machst, Bro. Wenn du das wirklich machst und mit jedem reinschreibst, einfach deinen Namen... Also, dann bekommst du auf einen Account... Dann kannst du dir einen Account aussuchen. Dann bekommst du einen Motto drauf, wenn du willst. Wenn du so eine Armarm bist. Ich hab noch so lange, bis ich erst mal fertig geladen bin. Ich hab nur einen Akku... Über drei Jahre, ungefähr... Über vier, fünf Jahre, nicht mehr Lust. Das S1 hab ich einfach... Das S1 hab ich bekommen, wo ich vier war. Oha. Ja, richtig geil. Und das S3 hab ich bekommen, wo ich neu war. S4 mit 10. Du kannst ja die YouTube-Channel, die du hast, kannst du ja Dingens... Ähm, die E-Mail auf alle... Also, ich hab alle... Also, ich hab jetzt bisher circa vier, fünf... Naja, drei, vier Handys gehabt. Und von allen habe ich die ganze... Also, ich hab immer dieselbe E-Mail genommen, bei jedem Handy. Und du kannst aber von allen verschiedenen Handys, wo du die YouTube-Daten weißt, also die E-Mail und Passwort, kannst du alles... an deinem Handy machen, kannst du alle Konten auswählen. Ich hab eine Frage, woher kennst du eigentlich keinen Brau? Von wen kenn ich wen? Von... was? Woher kennst du keinen Brau? Hey, welchen... Wen meinst du jetzt? Der, der gerade reingeschrieben hat? Hashtag Aktiv, Hashtag Mord, oder? Genau. Ah, der? Der ist einfach random reingekommen in meinem Stream. Grüß der Hermann auf jeden Fall auch. Hast du eine Waffe für mich? Gerne. Warte mal wieder auf meine Einsen, um ein bisschen Empfehligkeit auf 10. Äh... Warte kurz, bitte nicht finischen, warte kurz. Warte, 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 jetzt. Du bist in den Arm, einer. Alles gut. Danke, danke. Junge! Ich verwechsel mich zweimal hintereinander. Headshot, down. Schön. Nichts fest, das heißt, einen Headshot zu verteidigen, das ist ein richtig geiles Gefühl, wenn du zu weit bei der Männchen steigen. Was ist sie? Hast du ein wenig Eier, Emma? Ne, ich hab's nur ein Magazin. Was? Also ein Magazin ist gelade, also ich kann nicht mehr. Hint, schütt weg. Ähm... Rundschau, hab ihn. Ja, Digga-Chan gehört bei mir doch mehr. Du kleiner Spassi-Jungel. Ey, er ist doch gar alles. Wer, wie... Tschüss mich mal, ich muss kurz... Tschüss mich mal. Wie sagst du zu ihm? Ah, okay. Bruder, ich wollte die Freundesamtfrage annehmen. Ich bin tot. Warte, die anderen kümmern dich. Heimlich, heimlich schnell. Äh... Okay, das wird nix. Du Hure! Sorry. Ich hab Bandage, ne? Geht schütt. Tschüss. 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 Hast du meine Blau-Pack? Ja, Digga, ich hab's noch gefunden. Boah. Tschüss. Heimlich, schnell, heimlich, heimlich, heimlich. Heimlich, 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 heimlich. Wow, die Rekord haben die von dir. Ich hab's hier nach oben. Ah, es wird mich Tschüss durch die Kura zu. Oh, wie viel haben die von denen? Geil. Oh, Schade ist tot. Scheiße, teuer, P. Oh, mein Gott. Ja. Ja. Ja, Tür ist über drei, heimlich. Das Spiel soll ich nicht so... Alter. Aber Leute, das Gute ist, ich bin schon eingespielt. Perfekt. Relativ. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Ich muss nicht mehr einspielen, ich kann direkt. Ich schreib mich wieder ins Kopf. Marcel, du spielst seit Season 2, ne? Mhm. Mh. Ura! Sei bald schon zu. Und kann spielen seit Season 12. Digga, was ist das? Die Frau macht ja eine Scheiße, Digga. Ich kann sagen immer, ich spiel seit Season 2. Ich kann sagen immer, ich spiel seit Season 2. Hat in Season 2 zwei Runden höchstens gespielt. Und spiel dann nach Team seit Season 4 bis 12. Ja, aber Digga, ähm... Digga, wenn es darum geht, bin ich Early-Excel-Spieler, also bevor das Spiel überhaupt rauskam. Oha. Ich hab mir auf eine einzige Runde gezockt. Auf jeden Fall, brate nur Cheating, weil du reingeschrieben hast, Hashtag Aktiv, Hashtag Mod. Wenn du wirklich weiterhin aktiv bist, dann bekommst du auch gerne Mod. Ich hab Discord-Server auch, Leute. Müsst ihr einfach bei Videobeschreibung reingehen und dann Discord-Server. Natürlich. Ich hab WhatsApp... Ich hab WhatsApp... Ich hab WhatsApp-Gruppe... Ich hab WhatsApp-Gruppe jetzt auch erstellen. Wahrscheinlich. Kann auch jeder rein. Hör mir, wenn du eine Nummer schicken willst. Wo landen war denn? Ich hab eine gute Idee. Willst du also, äh... Ben, würdest du deine Nummer hergeben? Ich wusste es, Ben. Ich wusste es, Ben. Ich wusste es, Ben. Ich wusste es, Junge. Ich wusste es, Ben. Ich wusste es, Junge. Nein, ich bin aber Übers-OP mit dem weniger, ja? Würdest du deine Nummer hergeben? Wenn was? Würdest du deine Nummer hergeben? Ja, aber dann muss ich erst mal meine Schwänster fragen, ob die mir meine Nummer geben kann, weil ich hab vollgemerkt und das muss ich mit meinem Vater machen. Ich kann einfach nicht auf meinen eigenen Status zugreifen. Was? Und dann geht er auf Einstellungen und diese Einstellungen, also dass ich es einstellen kann, dass ich darauf zugreifen kann, ähm, ist grau markiert. Das heißt, ich kann einfach gar nicht draufklicken. Wo kannst du nicht draufklicken, hä? Also ich kann halt nicht... Also es gibt so eine Einstellung, dass ich auf meinen Status gehen kann. Und wenn ich dann die Einstellung ändern möchte, dann ist es grau markiert. Das heißt, ich kann es gar nicht draufklicken. Und irgendwie meine Vater nicht gucken, dass wir das jetzt irgendwie hinkriegen. Oha. Also kannst du auch auf keinen Link drücken, oder wie? Nein, es geht nicht. Oha, richtig. Scheiße. Richtig schlimm. Warte, ich muss mein Headset, wenn ich leise mache. Ja. Cool Sache. Aber das macht mir doch schon cool. Neulich bin ich übrigens tot. Das war nicht. Oh, der hat schon auf mich auf Ehre. Ja, stimmt. Oh mein Control ist fast aus. Ja, ohne Blow Pump auf Ehre, Digga. Ey, Lull, das war eine schöne Runde mit euch. Oh mein Gott, Digga. Aber deine Nummer kannst du ja einfach so hergeben, oder? Oh mein Gott, Digga. Ja, das ist Fakt, Digga. Er hat mir fast auf den Schutz gegeben, die kleine Peach. Oh, du, wer ist das? Und was für ein Felix-Tage-Video? Ich spiele auf Legacy. Oh was? Legacy, ich bin umgestiegen. Finde die Empfindlichkeit 10 ist 2? Wie empfinde ich gar 10? Ähm, wenn du auf Kontrolleinstellungen gehst, ne? Also bei Einstellungen, ne? Beim Umdrehen normal einfache Einstellungen? Ja, bei Umdrehen. 10! Ist viel zu schnell. Ist viel, viel zu schnell. Digga, damit spiele ich, ne? Ne, oder? Ernsthaft? Ich spiele beides auf 10. Auch die Empfindlichkeit. Geil, weil ich hab mich daran einfach gewöhnt. Jetzt kann ich nie zu fackigen PC-Spieler, weil ich mich nicht schnell drehte. Nee, Digga. Ja, gönn Minigun, bitte! Nee, 10 ist viel zu schnell, du kannst ja gar nicht durch die Gamen. Ja, ich hab'n gekehlt, geh mal weg hier. Meine Minigun. So. Geht? Ey, geh weg! Meins! Ja, alles meins! Ich bin schneller! Da kommt ein Gegner ab! Jaaa, gewonnen! Ähm... Erstmal schnell die Munition holen, weil ich hab' keine Muni. Aha! Ja! Ja! Ich mach'n helfen, Alter! Für mich rechter Gegner, Leute! Leute! Ich bin die ARK, aber... Oh, er ist so one-shot! Der ist so one-shot! Er hat... Er hat 10 HP! Ich hab' zwei A-Walk mit auf! Bitte, John! Könnt ihr mir bitte helfen? Wenigsten, bevor ihr... Wachen fängt! Ich hab'n darfst, bitte! Bitte! Hallo! Danke, John! Danke, Rapfen! Danke! Der Flow, er ist one-shot! Ja, 10 HP hat, ja! Nein, ich spiel' lieber... Ich spiel' lieber... Ich spiel' lieber... Ich spiel' lieber... Weil ich hab'n mit voll Emote! Ah! Geh'n einmal! Dann markier'n mir die Minis, damit wir die später noch wiederfinden! Wo waren die denn hier? Ich hab'n... Ich hab'n... Kannst du die mitnehmen, John? Weil ich hab'n schon alles... Hier ist ab und so mit! Ja! Geh' dann... Eine Sache an dir ist, tut das nichts, würde ich sagen, oder? Weil wir haben natürlich übelst gut ausgesaugt! Ja! Ich hab'n schon mal gezogen, die anderen kommen ja gleich noch! Ja, ich hab' zwei Dings! Zwei... Äh... John-Fertz! Ey, John-Fertz, wir feiern vom Platz, wir ein bisschen im Kimo, ihr geht nur so! Ich hab'n selbst... Ich hab'n schon mal ein bisschen was! Raffi, geh' mal wegen Emote, bitte! Raffi, geh' mal wegen Emote, bitte! Ich hab'n schon drei Milliges! Raffi, geh' mal wegen Emote, bitte! Ich hab'n schon drei Milliges! Wok, okay! Ich mach'n... Gib' mal wegen Emote, bitte! Ich brauch'n wegen was! Ich bin fast out of Emote, für alle, Alter! Ich... Für... Für... Für alle, also, ich bin out of Emote, Alter! Das war der Pumpe für den vier... Für den der Pumpe für den... Oh, ehren... Der Trotzschutz! Wo liegt die Emote? Wo liegt die Emote? Wo liegt die Emote? Wo liegt die Emote? Ich hab'n hier, die liegt ja relativ viel versorgt! Und er heißt einfach, Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Deine Mutter sind... Wo? Geil'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Das war'n... Aber... Da kann ich eigentlich... Lass'n... Lass'n... Also... Deine Mutter sind... Ja, müssen wir grad hier spielen. Ja, sicher kannst du mitzeugen. Auf jeden Fall, danke, dass du da bist, äh... Also würde mich über like oder aber auf jeden Fall freuen. Danke, dass du eingeschaltet hast, grüße gehen raus und dich. Grüß der Mann! Was ist das noch? Oh, als ob, hier im Link. Schau dir mal mit, leg weg, drei Medikin. Schau dir mich wohl, der... Boah, fast. Leg weg, Fische, schau dir deine Medikin, ich hab schon drei Medikin, dann muss Fische mit. Dann kannst du dich schnell heilen. Ja, komm schon. Ja, nicht so, Angel, wenn du an Angel stehst, komm. Okay, dein Epic. Kleiner, langer, Digga. Schreibe Ausrufezeichen, also Ausrufezeichen Epic in die Comics. Jo, wahrscheinlich. Dann los. Lieber Pendel. Wenn du Ausrufezeichen Epic ran schreibst, kommt's gleich. Hallo Peach. John. Also Rufzeichen und Epic, alles zusammengeschrieben werden. Ja. Komm doch rein, Digga. Also du hast... Absolut los. Zack. Bist du bereit für den kranken Trick? Der kommt gleich, okay? Oh, danke für den Abo, ähm... Ding. Puh, wie... Den Namen kann ich fast nicht lesen. Konx... Y... 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 T... Kon... Oh mein Gott, der Name ist schwer zu aussprechen, Bruder. Geiler Name aber. Alter. Zack. Schon nach dem Screen. Kann sein, dass du mich deaden kannst, gell? Und die letzten zwei, also die letzten zwei, wie ausschauen wie O sind Nullen. Es sind Nullen, die letzten zwei. Sieht aus wie wenn's O werden, aber es sind Nullen. Also ein Kill, 3, R, D, Null, GG, Null. So... Snorwixki. So Snorwixki. Wir werden sehen, ja. Heißt du so in Epic, oder wie? Snor... 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 Diga, bester... Bester Einpacker EU-Wist! Habt ihr gesehen, ne... Wann spricht es... Snor... 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 Egal, geiler Name. Sorry, falls ich... Sorry, falls ich ihn falsch ausspreche. Aber ich hab dir jetzt vorhin jetzt eine Frage schon gesendet, klar. Hallo Leute? Ja, ja, wir fahren gerade zur... Wolle Leute, jetzt fahren wir jetzt hier? Egal, Charm, lass uns los! Wird nicht interessieren, wer spielt... Schreib mal rein, Hashtag PS4 oder Hashtag PC oder Hashtag Switch, Handy, keine Ahnung. Hör mal rein. Weg damit! Weg mit dem Rack! Ich kann ja nicht einsteigen. Wieso mach die Ecke? Schreib mal, lass es mal. Ich mach einfach kaputt! Ja. Oder such jetzt auf. LOL! John! Guck dir's an! Nein! Ich hab's geschafft! Ich bin ja dein Epic nicht und du hast mich nicht gefunden, weil ich da ein Smiley hab. Hey, ich hab dich gerade am Freund hat's Anfrage schickt, Bro. Ben, ich weiß nicht. Schnau, ich weiß nicht. Schnau, ich weiß nicht. Hier, schau. Boah, was ist hier? Hits! 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 Einmal weiter fliegt, Leute! Ah, ist doch weiter fliegt! Schreib mal rein, wenn du auf PS4 spielst, dann schick einfach über PS4 vor einer Zeit. Fliegt weg! Fliegt weg! Fliegt weg! Leute, äh... Digga, ich bin ein absoluten Warnshot, Leute. Ähm... Ey, Leute, hat irgendjemanden schön, Digga, ich bin ein absoluten Warnshot. Du! Digga, das hat Medi-Medis, Leute. Hura, komm her, ich hab Medi-Pit. Hits? Ja, er gibt mir direkt einen Achtziger-Hit. Wahrscheinlich. Gib mal Minis oder so. Low! Gib mal, gib mal ein Medi-Pit wieder. Ja. Digga, bekommt nur 24. Ah! Hütten wir auch noch! Leute, du misst ganze Squad. Zwei Leute low. Also einer low. Ja, von hinten aber auch noch wenig. Bitte tot. Jo, wahrscheinlich. Ich hab's egal. Ne. Hast du noch mehr Minis? Da wird man in den Fall. Fock, fock. Ich schläft da halt jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss, nichts tust du. Halt deine Maut. Ja, was soll ich denn machen, wenn dann noch Geht und nicht kommt? Ja, keine Ahnung, ich dann fällst so rumschwabbeln, sondern einfach mal gut spielen. Ich kann mich an da pushen. Ah, ich kann nicht mehr mit Schau rein. Ach, Digga, jetzt kommt die von... Wer ist YouTube Rier... Rierix? Bist es du? Schreib mal rein. Ich nehm jetzt erstmal an. Ja, Mann, von wie vielen Gegner denn noch, alter? Leute, wir lässt und äh... Chan, Digga, warum sagst du du lässt es und du lebst und lebst? Hä? Digga, Chan kann ich mir wieder nicht zugucken, ich krieg Augenschmerzen. Das ist doch erstmal Quake, Digga. Ei, ei, vor allem. Hä, wie ei, ei? Was ist du, oder was? Hä? Ich kenn mich nicht raus, was du schreibst. Ey, Leute. Lass mal kurz in die Gruppe und dann kurz ein bisschen einzugehen. Ja, Leute, alle verlassen. Ich? Okay, das warst du. Ja, ich hab eh angenommen, Bro. Danke für dein Abo. Grüße Ehrenmann, Bro. Der mit den meisten Kids kriegt alles. Na, nee. Hä, es haben aber schon zwei Leute reingeschrieben. Ne, weil... Ja, okay. Lecker? Ich hab hier deine Folge zum Folge angenommen, Bro. Äh, TikTok. Guck auf TikTok, so. Aber bitte nicht laut den Chat rein, ich will keinen Copyright Strike kriegen. Ey, wir spenden ja wieder zur Zeit. Los machen, ey. Kreativ. Wartet mal, Leute. Zeit ist Geld! Ich fühl den hier gar nicht. Ich fühl den hier gar nicht. Ihr seid scheißfreudig, Digga. Ihr seid scheißfreudig. Was ist das? Die Elektroschaft über Frühjahr ist so ein geiler Tanz. Und mittlerweile ist er auch schon wieder so lange drin. Oh, Ehrenmann. Danke, danke, Bro. Guck, Epic. Warte, ich guck schon Epic. Los, Kreativ. Ich weiß ja nicht, wer du bist, das ist das Problem. Ich weiß ja nicht, wer du bist, das ist das Problem. Ich kann auch noch so ein smiley. Warte, ich habe eine Idee. Hammer, kitty 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 kitty. Hammer, kitty kitty. Blöd! Finde ich in meiner Eifahrliste gerade auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob die Laufhäuser sind. Ich hab schon angenommen. Bro. Ich spiele auf Handy deswegen. Du spielst auf Handy. Achso. Das ist das Problem. Kann spielt auch auf Handy. Genau. Handy, Handy. Schauen wir mal irgendwo Handy haben. Mein erster Handyfreund dann. Ich hab noch keine Handyfreunde. Doch, einen habe ich. Ich habe nur mit dem Handy spielen. Das geht? Ich hab dir Freunde aufs Anfall geschickt. Ich finde, dein Epic nicht wurde nicht gefunden. Ich weiß, ich muss meinen Namen jetzt ändern, Leute. Weil mir kann keiner Freunde aufs Anfall. Probier mal das, probier mal das. Und probier mal das Ding. Hier, Not Marcel. Warte mal. Ich hab nämlich auch noch Zweitnamen. Epic. So, Not Marcel. Probier mal das hier. Kopier's dir raus. Warte, ich probier, ob ich dir den Namen reinmachen kann. Ich bin nämlich in einem Kleinachter. Not Test. Den Namen werde ich jetzt sowieso bald ändern. Warte mal. Haha, danke. Okay, machst du seit drei Jahren YouTube und hat immer noch kein Abo. Ich mach seit zwei Monaten so YouTube, ca. Ich bin glücklich. Ich bin einfach auch YouTuber, Junge. Ich bin dann ein richtiger Rage-YouTuber, weißt du? Oh mein Gott, hab ich... Ah, hier. Hier ist mein Name. Du einer auf Knossi, Alter. Ich kann mir aber das Notzeichen nicht rauskopieren vom Namen. Der Allerechte. Wartet mal, Leute. Das ist der Allerechte. Der Allerechte Chambra. Genau, Bruder. Leute, was ist euer Lieblingstanz? Lieblingstanz? Zahnseide. Okay, du hast, Alter. Ach so. Zahnseide. Genau, Zahnseide. Chana, hast du so ein Emote? Diese anderen alten. Diese hier. Die ersten Emote. Da. Aha. Oder so ein? So ein Dreck, ich kann mir den Not nicht rauskopieren. Oder so ein? Ja, die sind sieben. Wow. Okay, warte, ich muss ihn versuchen. Ich habe ihn eben schon gesehen, wo es denn ist. Aha. Boogie-Bombie. Los, mach mal schnell Kredits, weil wir leiden sowieso lange. Ja. Warte mal. Zuerst mal kurz das Ding abchecken. Kopiert. Und jetzt füge ich den hier ein. Kopiere den Namen raus, Bro. Jo, wahrscheinlich. So, Kredits. Bist du diesen 1 Player? Oha. Geil, geil. Krasser Typ. Schau dir vor, als spielst du jetzt diesen 1 auf dem Mobile? Schau dir vor, als spielst du jetzt diesen 1 auf dem Mobile? Schau dir vor, als spielst du jetzt diesen 1 auf dem Mobile? Nicht? Ah, stimmt, stimmt. Das stimmt. Das gibt es ja gar nicht. Kopiert einfach raus. Ausdruck auf den Namen kopieren und dann schick Freunde auf zu einem Frage. Ich muss jetzt meinen Namen auch ändern, Bro. Weil das ist... Sag jetzt nur ein Player ab 7.1. Man kann das nicht kopieren, ne? Auf PS4 und PC. Kann man das nicht kopieren? warte mal. Warte mal, auf Handy. Ayihurei. Schreib mir einmal genau seinen Epic Namen, auf Handy rein. Ich schau am besten Tanzen, Jovis. Aber Spaß, das ist der beste Tanz. Ja wahrscheinlich auch, Vega. Ah, der muss sich kurz hinten. Ja, der ist doch nicht. Ich steh. Ah ja. Wurden wir einen Account gekriegt? Ich bin den Tanz nicht mehr. Aha. Habe ich auch auf meinen zweiten Account? Ja, aber... Ich hab Smiley, das geht nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Mach jetzt kreativ, mäh. Ja, warte, Bro. Spielst du auf PS4 auch? Wenn du auf PS4 spielst, schreib mal deinen Ding über PS4 rein, weil dann kannst du Party beitreten und über Party rein kommen. Musst du halt über PS4? Keine Ahnung. 4 Likes. Was? Da hab ich doch schon. So, ne, du bist auch nicht bereit. So. Hä, ja. Lügel. Wisch. Kein Ahnung, kapi. Hä, wie. Das ist kein Plan, wie's auf PS4 heißt, oder was? Warum schreib einfach deinen Namen? Achso, das kann ich auf PS4 nicht... Obwohl, warte mal... Nein, das kann man nicht kopieren. Aber du heißt ja Snowzy, oder? Heißt du Snowzy? Okay Leute, ich mach gleich eine Map, die ist gut, schon weiß, dass die übel gut ist. Und ich hab ne Frage, wollen wir lieber ohne MP machen? Schreib mal rein, Bro. Ach so. Hallo? Leute? Ja, ja, machen wir ohne. Smiley Snowzy und welchen Smiley, welchen Smiley hast du da? Vielleicht kann ich mir den überredingen. Ah, geht auch nicht. Ah, Problem. Ich könnte mich auch nicht ändern. Warte schnell, ich ändere einfach schnell meinen Namen über... Ah, dann wirds noch nichts... Wenn ich jetzt meinen Namen schnell übers Handy über normal Epic ändere, gell? Gell? Dann wirds nicht gleich gehen, oder? Ja, Leute, ich bin jetzt Ehrenmann und ändere extra für euch schnell meinen Epic-Namen. Äh, warte mal, wo ist das Ding? Schreib schon jetzt hier. Schau, du schau schnell Live-Chat und schreib, äh, und lest mir vor, was ihr schreibt. Obwohl, warte, ich schau einfach schnell. 4. Hilfe, ich werde mich vergewaltigen. Wer? Der Typ. Warum? Keine Ahnung. Was schreibst du denn? Wer? Leute, jetzt kommt. Wer? Lust. Leute, alle rein, hier. Wer schreibt Lust? Komm schnell rein, sonst müssen wir das Spiel, obwohl, nee, wir müssen das Spiel nicht mehr starten. Alle rein. Wer schreibt Lust? Warte. 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 Warte, kommst du jetzt noch rein? Machst du? Nee, ich muss jetzt schnell... Starten einfach in der Zwischenzeit. Okay. Du kannst ihn dann rein, okay. Wer hat Lust geschrieben? Wer hat Lust geschrieben? Ey, Leute, nicht in der Box... äh, kämpfen, ne? Ganz, ganz böse, wenn ihr das macht. Also, irgendwer hat Dings geschrieben, ne? Lust? Alles außerhalb, so die Überschnellschusswaffen, Tomigan, Minigan, ohne das. Ach, machen wir ohne MP? Ja, hab doch, haben wir doch schon gesagt. Reportiert. Verdammt. Naja, hier ist so ein bisschen keine Degel, Junge, was ist denn das? Wir machen... Du bist ein und, wie? Das geht nach. Hä? Wann ist heute die Leute, mich nicht angehalten, ich musste Degel so machen. Wer? Ja, wahrscheinlich. Kann man bei dir die Degel, weiß ich, was? Das ist Edgar, der Typ, der macht mich komplett fertig, also... 8 wer ist eigentlich dieser Typ da jetzt, bestes das? Huh? Jo? Ja, Ben ist klar. Wahrscheinlich Ben. Ich hab doch gesagt, ich hole mir eine Siege. Ach du, ich hab' keinen Bock bei Konzern. Wo ist sie denn, Liga? Als ob sie hier nirgends wo geht, will ich mich vorliegen, gerade einen Kopf nehmen oder so? Ah, ich hab' sie, endlich! Fortnil, danke. So, Leute, jetzt ist Schluss mit Lust, ich hier. So, wenn der wäre. Hey, jetzt, da nicht, nicht käme mir schon, das ist Haram. Oh, wenn Haram ist, ich mach' jetzt so. Dig, ich kann das nicht, ich konnte wieder nicht bau' ich lieber mein Internet zu. Ja. Oh mein Gott. Ich hab' noch nicht geändert, ne, ich hab' noch nicht geändert, warte. Oh mein Gott. Keine Freund hat's einfach geschicken, ich hab' noch nicht geändert. Dig, auch Ben. Ey, kannst du mal von meinen Kehl zu klauen? Konto. Ja, Digga. Jetzt hände ich, ich... Ja, ich kann einmal wieder ändern. Äh, ich hab' keine Wegel, das ist unfair. Ich wollt' noch nie so zerstören. Oh, Ben, Digga. Ist ich das doch von dir? Nein, weil... Nein, weil ich hab' dich one shot gemacht und dann bist du tot und ich, also das war echt traurig. Ja, ich traurig bin. Ja, ich traurig bin. Ja, drei Zuschauer. Was? Digga. Ich hab' noch nicht gespielt, ne? Also, sei mal allein jetzt. Nerv' mich. Digga. Ich krieg' vielleicht einer aus Maul, Digga. Was ist? Ja, bitte mit Schimpfwärtslein im Stream. Warte, ich schau' schnell, ob wir... Ähm... Ja, Leute, bin gleich da... Guckst du grad Live-Chat? Ich? Nee, warum? Ist was? Digga, aber gib' mir denn so kranke Pumps und ich geb' ihnen gefühlt nur drei Stunden. Ja, ich hab' eine Freierfarm. Was ist das? Ach, Digga. Es ist lächerlich, das Spiel. Ich geb' ihnen 78er Headshot, er gibt mir 198er. Schreibt' dir mal was rein, oder wie? Auf die gleiche Entfernung. Ja. Was denn? Was schreib' mir denn rein? Jo, wahrscheinlich der Typ, der geht komplett auf den Begeleiter. Was hat er? Kein' ich, Digga. Ich hab' noch keinen Kill. Traurig. Oh mein' Gott, ich schiebe gar kein'nit. Dankeschön. Du bist so ein ehrenloser, ne? So, aktualisiert, ich hab' mich jetzt unbenannt. Ich heiß' jetzt so. Wenn's neip'n, hat'o bin ich toppen. Ja, ich treff' alles. Halt schon Angst? Nee, ich treff' nichts. Ich heiß' jetzt so, es kann sein, dass du mir keinen Freund aufs Anfall geschickt musst, dann muss ich stream' wahrscheinlich neu starten und dingend. Ja, du triss' dich mal, obwohl ich mich nicht mal wirklich bewege. Du bist echt heilig. Ah ja, peinlich. Digga, der Typ, der flex komplett. Jo, wahrscheinlich. Der flex komplett. Ey, Mann, du bist so one shot, jetzt lass' ich dich einfach mal schillen. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Was? Du schwindst doch nicht so, du bist one shot, jetzt komm. Ach, Digga. Ich steh' jetzt abstoppen, ne? So gefällt mir das, Leute. Hey, hättest du mich jetzt gekriegt, Digga? Ich hätt' diese andere Alte hier. Ah, das ist der Typ aus Chat. Naja. Ich bin schon lange, Digga. Ich war noch nie so schlecht. Ach, dieser Fisch. Ich hab grad einfach echt keinen Schott, also ich bin grad echt scheiße. Oh mein Gott. Komm mal bitte runter, nicht so weit oben sein. Dann kriegt man nicht so gut. Hello, der Scharzeriter, Leute. Ja, wow. Wirklich schon? Hurra, Bruder, komm her. Ich spritze auf Erden. Ja, wahrscheinlich. Warum lässt du dich... Wahrscheinlich ist es jetzt Mobile Player und klebt uns alle mit einem Schott. Gefühlt. Es ist so. Kannst du reden, Bro? Hallo, du kannst dich nicht aufbauen, und Fortnite. Alter, ich kriegte dich in jeder Schotze. Geh, fang mich da schon wieder absolut ab. Hein? Ja. Eine andere Zeit ist so gewehrt. Ich muss Gott nachlassen, ich geh mal kurz. Digga, warum kommen immer hunderte von Leuten? Wie ist's? Digga! Digga! Hä, warum hast du die Gruppe verlassen? Ja, wahrscheinlich. Ich hab's aber so ausgenommen. Also, Aua! Bruder, löft bitte den Vorfeld. Also, das wäre ich traurig. Ich war One-Shot. Digga, okay, ich lösch. Mach mal bitte. Los. Nein, Digga. Ist besser für uns alle. Bro, warum hast du die Gruppe verlassen? Oh, ich geh, ist okay. Wie hört ihr was? Hey, geh doch nicht auf mich, wenn ich gerade auf die anderen gehe! Ich glaube, wo es hackt! Ich hoffe, scheiß dich, Digga. Ich würde der eine und krieg gedacht haben. Mach dir auch ganz, ganz krankes Teamplay. Ich hoffe. Ich nervte, dass der eine mal bald oben sei, Digga. Ich stehe die ganze Zeit auf der Erde. Digga, musst du bald oben, Digga? Ich bin noch mal aus der Welt. Ich rede auch nicht mit dir. Ah, hei, er packt durch. Oh, was? Nee, richtig geil, dass er durchpackt. Ach, Schandiger, ich muss hier mal pushen. Camp doch einfach mal nicht die ganze Zeit. So, jetzt würde es mich interessieren, ähm... Snowsy oder wie du heißt, warum hast du Ding geliebt, ähm... Na, wo nennt Bratanochi, Ehrenmann, Bruder. Grüßige, Henne raus. Aber warum hast du Dingens, ähm... Wann bist du nicht im Livestream drin? Also, in meiner Gruppe. Ich kann ja nix machen. Schreib mal rein. Warum, warum? Ich brauche 3, 2 Jahre. Was passiert? Nix. Nix passiert. Ich glaube, ich spiele gleich mit FuraDuo, Digga. Ich kann mich noch gar nicht konzentrieren, aber der Typ gibt mir trotzdem drei Headcheats, Ben. Ja, natürlich, ich habe mich noch schon gesnipt, aber ich ziehe trotzdem nicht. Mit wem spielst du? Hey, Chimacross. Hey. Ich muss nachladen. Ich brauche viel. Ich brauche viel. Ey, komm, mit wem du lässt ich jetzt wohl einen Shunt töten, Digga. Also, das, was die Freunde das haben fahren, war aber anders gelöscht. Digga, wenn ich ihm kippe, ich gebe ihm 20 oder 40. Ey, kann, Junge, Mann, du bist so... Oh, Mann. Alter, du bist... Du bist wie so'n Chuck-Truck für ihn. Du bist wie so'n Chuck-Truck, Digga. Ja, was? Ich bin einfach absolut... Ich bin echt nicht für jeden von euch ein Freaky, ne? Ey! Ah, mit der Pia! Ah! Digga, was los? Ey, Tino-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail. Ey, warte, ich seh das davon. Er hat alle abgestoppt. Er hat alle abgestoppt. Er hat alle abgestoppt! Klack! Komm schon, pieg, pieg, los! Was? Digga, der war so knapp an einer Frise vorbei. Ah, ja. Ey, eigentlich ist das so viel. Ich hab aber auch echt so viel. Ey, ich bin in der Deutschland auch wieder. Ist er einfach grad in seinem Stream einfach nur, ähm... Ey, Mann! Wie kann ich hier denn nicht treffen? Ja, russend. Ey, Leute, kämpft ihr immer ruhig... Kämpft ihr immer ruhig gegeneinander, Digga. Ich geh zu kacken. Was? Auf Spiekles! Ey, verpiss dich, Junge! Ich nehme einen Spiekle! Mann, jetzt bin ich One-Shot! Aha! Tolle Pumann, Alter. Pumann! Pumann! Ein tolle Pumann, Bro. Der Marsch ist wirklich toll. Hä? Was war das denn? Hallo Pumann! Ja, hä? Ne, Digga, es macht doch gar keinen Spaß, Alter! Ich teleportier mich die ganze Zeit, Mann! Ich hasse unser Internet, Digga! Warum teleportier mich denn die ganze Zeit? Es macht doch gar keinen Sinn, Alter! Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich teleportiert, Digga! Ich hab' eben vor mir, aber teleportier ich mich erst auf einmal hinter mir! Oh, lol! Ben oder Ding! Ihr zwei, irgendeiner von euch zwei snapped mich einfach, ne? Digga, warum teleportier ich mich denn die ganze Zeit, Digga? Irgendwer hat mich gesnippt, ich weiß auch nicht wer! Ich weiß nicht! Ja, ich nicht! Das war der andere! Ey, nicht da oben kämen, Junge! Achso, lol! Das ist die Todesstrafe! Los, alle auf ihn! Ah! Auf ihn, Micky brüllen und ich bin tot! Digga, wir sind vier Leute, Leute! Das ist diese andere Penetration! Das sind vier Leute, Leute! Ja, wahrscheinlich! Ich weiß nicht! Ja! Was, ein Battle! Und Chan stoppt wieder ab, der kleine Spasti! Chan, oder wie heißt er? Nein! Kein brahniger Arme, na! Los, komm, piek! 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 Nein! Ach, Mann! Hey, wer hat's von euch Neo Versus gehen? Komm, schüss nicht! Was ist das denn bitte für ein Sniper-Duell? Komm, schüss nicht! Piek! 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 Nein! Komm, schüss nicht! Digga, ich wollte schon deine Fettel runterschießen, aber nicht dich! Das macht doch gar keinen Sinn! Was? Spaß! Digga, das ist ja so unfair bei Metal! Ich hab gar nicht gesehen, dass es oft war! Nicht böse gemein, gell, bro! Ach, der ja! Also Chan, guck mal! Das sind gute Gegner! Das macht sogar Spaß zu spielen! Bei dir ist voll langweilig! Ich schieße und du bist froh! Ha, ha, ha! Nein, mal bitte! Das ist nicht der Sinn von Fortnite! Ah, Mann! Du kleiner Spass! Jeder war drauf gewesen! Ah! Ja, geh mal weg, Digga! Geh mal weg, lieber runter! Die Kast ist so hardcore! Ah, ne! Ist schön runtergeschossen auf Ehre! Nein! Hätte ich dich hinuntergesnipelt! Ah, ist passiert! Nee, Digga! Anna auf, Marcel! 3 gegen 1! Ey, Nishi-Sin! Hallo, Nishi-Sin! Dieses verbotenen Ballast... Die Augen ist halt so peh! Oh mein Gott, Digga! Ich hab mit der so Laser-Aim, du hast keine Chance gegen mich! Spaß! Die Augen sind halt einfach so peh, ne? Das ist so! Ich liebe diese Waffe auch! Tui-Sin ist ein Dreifach-Shot-Ligger, der halt einfach so viel Schaden macht! Das ist so, Digga! Der kriegt mich auf anders pushen grad! Aha, okay! Danke! Ich bin dauerhaft auf dir drauf! Das trifft nicht! Ich liebe! Ja, Bruder, fahrpiss dich doch! Tu mir den Gefallen! Und fahrpiss dich! Boah, bei mir lagts! Ja, bei mir auch die ganze Zeit! Ich teleportier mich die ganze Zeit! Ich kann fast keinen Hit geben, weil's mir so lagts! Okay, Digga! Ich gebraucht dich! Leute, ich hol dich! Und hab aber was... Digga, was ist los von meinem Internet? Digga, ich laufe einfach gerade in den Schleife runter und kann ja aus der Liege zu machen! Du spielst auch mal mit Endball Wappen! Gar kein Wappen! Digga, Mann, bitte sag mir mal, dass mein Internet gleich wieder funktioniert! Digga, grog sagt dir bei einen schlechten Ping-Raffen! Was hast du nichts besitzt? Soll ich mich holen! Digga, ich hab aber noch aus 300er Ping, die das macht gar keinen Spaß, zu zocken! Digga, das macht auch gar keinen Spaß zu zocken! Digga, es macht super glatt! Digga, das macht super glatt! Digga, mach' glatt! Digga, mach' glatt, mach' glatt! Digga, mach' glatt! ich hab geschaut, Bruder, das Apura-Skill jo jo jo, für das Skill-Frage-Zeichen ey, ich hab ihn auch nicht gegeben, jetzt beschwer' dich nicht so mann, ich hasse meine Haare deine Haare hasst du, oder was? Digger, ich versteh's nicht nein, ich hasse mein Internet, Alter ich bin in der Luft, dann bleib ich da erst mal stehen dann bin ich auf dem Boden du hast mich in das Innern geschossen, wo ich da auf der Luft war dann war ich tot und dann bin ich gelandet also vorkartiger Please, warum lecker's denn so? also, es leckt ja nicht nur ein bisschen, es leckt ja auch normal dolle Bruder du musst doch da hin Bruder, die Fu-Move ja, ist so leckerlich ich spiel auch ohne Out-to-Am ich spiel auch ohne Out-to-Am ich spiel auch ohne Out-to-Am der Out-to-Am ist einfach nur nervig, Junge davon hast du gar keinen Vorteil es ist so ich spiel doch mal ehrlich, das ist doch nicht nur Skill ich spiel kann man denn so viel Glück haben, Alter gib mir Ausdürf den Headshot, Alter ja, wahrscheinlich, ich geb mir den Triple Headshot ich geb nur Lucky, ich geb nur noch mal einen Headshot ein AP los komm, gib mir noch mal einen Headshot los bitte mit der Heavy-Sniper No-Scope, los ey, ist kein Heavy-Sniper ey, ist kein Heavy-Sniper ja, ähm ach komm, Heavy-Sniper No-Scope, let's go ich lobby und such einfach irgendwelche anderen Digga, ich pack schon wieder rum oh, Hit ach man, lass doch ich hab in den No-Scope gelegt sorry Bro boah, er impf, gerade kommt jetzt weg jetzt kriegst du dafür auch's ha 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 ich versteh's doch nicht, warum du bist du mit Asun-Garten-Hit und ich geb dir einen 22er ach kein Bock mehr auf Fortress nein, ich versteh halt einfach den Sinn dahinter nicht ich glaub, meine graue Pump würde mehr Schaden machen, Alter 22-Jährige in der goldene Bull Pump, Digga, ich versteh doch nicht okay, Junge, hol jetzt mehr, da was ich mit dir ey, jetzt komm schon, lass dich doch bitte einmal gehen und baue ich nicht so viel bitte ich hab vor dir abgedrückt, 200 pro du bist der größte Bot Spaß du und 10 Empfindigkeitskritischer Hase Spaß ich glaub dir nicht, dass du 10 empfinde hey, komm mal her warte, mach her auch und nicht schießen hör auf, hör auf dreh dich mal im Kreis dreh dich mal komplett im Kreis dreh dich mal komplett im Kreis guck mal, und jetzt, ich spiel auch die ganze Zeit schau doch meine Sensi an und schau dir meine Bar-Sensi an, schau dir meine Bar-Sensi an ha, hallo oh mein Gott, ich hab das so abgebildet GG, gut gespielt. Das fand ich auf jeden Fall richtig geil, Digger. Ich sag Gott, es ist nicht allzeit. Nein, Digger. Ich hab ja eh flug auf den Ruhm mit Banditskin. Das ist eng. GG. Ich hab kein Pop von Fortnite, also. Ey, ich hab das Böse gegeben. Kapper. Shut up, Digger. Och, mach. Junge! Bei vier Leuten, du kannst keine normalen Zeit machen. Bei vier Leuten, du kannst keine normalen Zeit machen. Das ist Dauer. Stopp! Oder ihr wird das nicht ausgepürzt werden. Also bei vier Leuten, Digger, du bist dauerhaft gebumst. Also das ist ja gar keine Chance. Digga, keine Chance. Oh, Rase. Oh, die Leute. Ciao, Mois. Das ist übrigens apropos dauerhaft gebumst, Digger. Das mein ich. Ja, Mois. Da ist es so schon. Oh, 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 oh. Headshot, Alter. Verkauf, einfach. Im Laufen, Headshot. Mein Bruder, das schmeckt aber ganz jezent. Ich wollte gerade witzig machen, du Idiot. Ich hab dir eine Frage, was für euren krasses Knife? 7.000 Meter. Spaß. Yo. Also nicht nur von den Meta anzahlen, sondern einfach nur der krafteste. Free 60. Also rückwärtssalto, noscope, Metaferboard. Also fünfmal oben vorwärtssalto und einmal rückwärtssalto. Und noscope zu 100 Meter. Mein Kastner war, als jemand geflogen ist, ne? Als jemand geflogen ist, ne? Als jemand geflogen ist, ne? Als jemand geflogen ist, hab ich den Headshot gegeben aus 198 Meter Anfernung. Als er geflogen ist. Digga, ich war so happy. Ich hab' ich gefühlt wie der allerbeste Spieler der Welt. Das wurde aber auch erst mal direkt gesqueeshotted. 198 Meter. Ja, Luftsnipe. Das ist halt schon akzeptabel, ne? Nehmt man schon mal mit. Aber echt. Digga! Alle machen Auge auf mein Götter. Alle machen Auge auf mein Lifestyle! Da hat er euch ja einen Spaß. Er ist keine Zeit, denn er ist ein Döner. Denn der macht ihn hoffentlich nicht schöner. Ja. Ey, guter, mach doch nicht so aufgehört bei Lifestyle! Ja, genau. Ich hab' vorleiert. Leeeey. Ich hab' vorleiert. Ey, jetzt muss er flexen. Ich gucke die Basel. Nehmen Snipen, ne? Nehmen wir dann an der Stelle auf. Leute, können wir wieder Teams, bitte spielen? Ich will wieder leveln. Wenn der eine nicht mitspielt, dann... Doch, 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 Digga. Ich bin grad drinnen im Game. Ich kann grad wieder snipen. Das macht grad Spaß. Ich hab grad meine letzten 5G-S-Signalmer gemacht, Digga. Ja, er kommt, ich hab' aber er kommt wieder auf den Arsch, sprich ich. Ja, Digga, ich komm' alle. Jo, Jo! Mein Geld, Peach! Oh! Digga, er landet hell! Auch so, wie dass du durch die Treppe durchgebackt bist, Digga. Das ist doch, wenn wir spielen bis 25, okay? Das ist bei ihm aber immer so. Er packt sich wirklich überall durch. Nix gegen dich, gell? Ich bin bis 25, Leute. Ab dafür. Ich möchte. Wir machen bis 80. Normal. Bis 25, Digga. Kannst kein Deutsch. Ich nix deutsch. Ich will deutsche Branche. Ich hab' nicht. Du holst die Großschneider. Das ist das geile an der 10-Ampfälligkeit, Digga. Wow! Wow! Wenn ich 10-Ampfälligkeit spiele, dann treffe ich nicht mal einen Schuss. Ich versuch's jetzt auch noch mit 10-Ampfälligkeit. Du, vielleicht bin ich da. Das hast du vergessen. Ja, also... Was zum... Also... Save was zum A-M-Bot. Ich hab'n. Also du kannst mich doch nicht aus der Hüfte mit der... Äh... Weißt du, mit der Spraywaffe... ...und pechst das, Digga. Au! Auf! Kannst mich doch nicht drei Schotzen, Digga. Ohne A-M-Bot ist unmöglich. Ich hab' keine A-M-Bot, Junge. Ich hab' keine A-M-Bot, Junge. Was ist mit dir? Ich hab' keine A-M-Bot, Junge. Ich hab' keine A-M-Bot, oder was? Ich hab' keine A-M-Bot, Bro. Ich spür's auf, geht's halt nicht. Wenn? Wenn ich keine A-M-Bot hätte. Oh mein Gott! Ach, Leute. Übertreibt jetzt nicht wieder eure kleinen Eier, Alter. War das Chan? Ja, Chan, du wirst jetzt so weggenext, ne? No. Das ist ein Headshot, Junge. Ey, hört mal auf Chan anzugreifen, wenn ich will ich denen Headshot geben. Also vielleicht, eventuell, wenn ich es schaffe. Oh mein Gott, du bist mal scheiße. Wow! Mann, war das knapp! Jo, wahrscheinlich! Chan, alles Gute, komm' von hinten hin! Ha-haaaa! Ey, ey, ich seh euch schon! Das ist Pinnas! Oh mein Gott! los massen freitiger bis 25 21 Kills spielen wir. Ich fang schon die ganze Welt. So, 21 Kills. Er macht noch gar keinen Spaß mit diesen Legs. Ich würde das gleich wieder gegen spielen, Alter. Ein Quade ist Legs wenn ihr nur. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Er hat aber komplett... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, hab ich dir einen Laser gegeben. Und es sieht mir nicht mehr den Kill. Ach, das war ein Quick-Zug. Und der eine Hütte ist nicht mehr. Ey, ohne Lagerfeuer, Digga. Geh mal raus da. Hallo, wir haben ohne EAL. Achtschang, Digga. So. Okay. Aufgeplayt. Spaß. Hm? Keine Chance. Hä? Hallo? Ja, Digga. Ich lauf einfach nur in eine Richtung. Nein. Ach, wenn das sieht man. Ja, wir waren eben, Digga. Ich ruf die Pumka rein. Ach, du gehst die Geld los. Aha, wechseln die Geld los. Danke, so. Nein, weißt du. Nein, weißt du. Ich wollte das sagen, Digga. Also meine Pumka... Ey, das, Digga, hätte ich das verloren, Alter. Dann hätte ich aber auch echt... Ich hätte die andere Sachen gehabt. Nein. Danke für die Gose übrigens. Geht's? Ich kassier's nicht wieder. So hat Drama. Digga, warum treff ich schon mal Ghosted? Ah, sowas macht ein Ghosted. Ich hab noch weit daneben. Ey, Mann, warum werden wir immer die Kehle abgestaubt? Und dann ist mein Killdeck. Ah. Junge geh halt die Goalschneude, du Volltrottl. Spaß. Digga, ich glaub, wir meinen Games. Wirst du nehmen bei mir. Kapper. Bei diesen Mindgaves mach ich nämlich auch immer, Digga. Weil ich hab... Weil ich hab ein bisschen dieses Studio. Hier kannst du aber richtig schön fahren. Nachdem heute gestreamt zwei Abonnenten, da fühl ich mich richtig gut. Und einen richtigen Ehrenabonnenten dabei. Leute, ich mach mir das auch schon, Alter. Ich hab's schon hier ab. Ey, Digga, er wird abgeschraubt. Bände, was auch... Alter, du bist so white, Digga. Digga, du bist so white. Mann! Mann. Ey, Junge. Natürlich, mir ist Lagerfeuer. Irgendwie haben wir das auch gemacht, Digga. Wir machen jetzt komplett ohne Heel. Ja! Ich bin in der Läff.... Du Kleiner Leleleek. Ja, Ben. Ja, ihr kleines E-Ges, ja, jaha! Mal. Spaß. Du, ich seh den Namen von ihm gar nicht, das ist ja übelst unfair. Von ihm. Von ihm, du darfst ihn. Wer? Ja, ich seh den Namen nicht, das ist so gut. Du hast ja ganz schock gesehen. Das bin ich. Ich kann mich gerade anziehen, alles. Das bin ich. Ich konnte nicht direkt pushen, ich hab gar keinen Bock bei der Rotata. Ich schieße das einfach, komm, komm, komm. Digga! Das ist doch lächerlich, Digga, ihr schießt durch dich durch. Ich schieße, Digga, auf. Genau hinter dir, wenn du so wirst, sagst du mal nach Schluss los. Ey, Junge, geht mal bitte. Rennt immer weg vor Marcel Wände, wenn ihr ihn seht. Weil, ich bin noch ein Kilo, der hat's geschafft. Digga, was hast du für Probleme? Oh! Ich bin noch ein Kilo. Ich bin noch ein Kilo. Ich bin noch ein Kilo. Ey, die ganze Zeit ist aber so unfair, dass wir deinen Namen kennen. So mies. So mies. So mies? Ja, ich seh deinen Namen nicht, Digga. Ja, weil ich gerade vor euren Namen gamedet hab. Ich könnte... Ach, dicker Ben. Du Hurensohn. Niemand! Du darfst ihn nicht killen! Wenn du ihn killst, dann hast du genug killst. Das darf ich nicht zulassen! Egal. Okay, jetzt von Ben. Digga, lass dich bitte nicht töten, weil das ist jetzt schon abgeschaut. Wenn du stirbst, dann bin ich wirklich sauer. Äh, ja. Los! Ich fand's da vielleicht EU-West auch mal noch. Oh mein, ich such's dann einfach gar nicht. Was? Wow! Er kämpft wieder irgendwo! Er kämpft ja nur! Er kämpft ja nur! Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Einfach mal nicht hartbar. Wie? Was soll ich sagen, Alter? Das ist wie deine Frechheit vom Fortnite. Ja, Digga! Wahrscheinlich! Ich werde nicht die letzte Grill, dein Bruder vermiss ich! Ach! Das kann ich nicht machen! Nein! Nix misseisig! Okay, dann zu! Mann! Du Hurenzut! Das sieht wirklich nur Kills! Nein! Also wie du willst! Also das war grad echt mies! Ich habe nur 5 Kills! Ja, Digga! Alle werden nicht abgestockt! Ja, Digga! Genau! Wir wurden auch safe! Weißt du, ich hab 7 Assists! Ja, ich hab 25 Kills! Ich hab 15! Ich hab 15! Ich hab 15! Wir haben gesagt bis 30! Du hast 5! Wir haben gesagt bis 5! Äh, bis 30! Ich war ein Assists! Ja, wow! Oh! Wir haben circa alle so viele! Mama! Mama! Aber bitte nix auch da! Dass du letztendlich nur am Camp bist! Da! Mutter! Guck mal auf! Du gehst halt auf die Entschlagung! Digga! Oh mein Gott! Digga! Keiner! Raffel! Ich wurde von der Seite so gelöscht! Du bist so ein Assistsowwürstiger! Ah! Du bist so sämtlich! Aber was ist denn? Ah! Hä? Ich dachte, ich mach das Kugeln hier! Ich hab einen Gegner geholt, aber... Ich bin irgendwann gar nicht draußen! Ja, hab ich! Ja, hab ich! Die Däfflichkeit, die Gegner erkennen! Leute, hast du 26 Keto! Wir machen bis 30! Hä? Wir machen bis 5! Wir haben schon bis 25! Aber ja, Kopf hoch! Digga! John! Sieht du, was los ist bei mir! Die Slip! Das Slip! Ich bin 30 Minuten in einer Box, Digga! Baue halt die ganze Zeit, und das passiert aber nix! Ja... Wir machen übrigens bis 30, ne? Woll ich's nur mal sagen... Also Digga, ich hasse meine... Hä? Hä? So! Der schlägt dir ja, kein Bock mehr! Er wohnt schon, denn auf einmal... Okay, ich dachte, er wohnt schon, dass er nicht hier ist. Er wohnt schon, dass er nicht hier ist. Er wohnt schon, dass er nicht hier ist. Mein Gott! 4 Likes! Danke, Leute! Ich kann dich wieder x-mal runterfahren! Oh mein Gott, du wirst zu sein! Oh mein Gott, du wirst zu sein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's ja immer wieder gar nicht gegraut! Oh mein Gott! Ich hab's ja gar nicht gegraut! Ich bin mir ganz sicher, ich hab' die Kalle mal jetzt halt. Bruder, ich werd' immer leben! Nein! Ey, jetzt komm mit, Mann! Okay, das kann ich nicht! Ja! 30 Kills! Ich hab' um 3 9 gepusst! Ich hab' auch keine Sachen! Egal, 30 Kills, let's go! Alle verlassen! Ich bin 50! Ey! Ne, spielen wir nicht! Ey, Leute! Was hältst du aufgegeben? Wir haben gewonnen! Ne, habt ihr nicht! Ne, habt ihr nicht! Ich hab' schon gewonnen! Du hast aufgegeben, Digga! Oh scheinlich auch! Ah ja, träumt weiter! Und dann bin ich happy! Ja, ich geh' dich ins, Ben, Alter! Digga, ne! Ich läch' dir direkt, Digga! Kein Bock mehr! Ich mach' dich alles durch, Alter! Ne, es macht mir gar keinen Spaß, Alter! Ich hab' erst dieser... Er hat sechsmal durch meine Sachen durchgemacht! Sechsmal! Und ich glaub' er hat mich insgesamt die Mal gekriegt! Also jetzt mal ernsthaft! Ist doch einfach lächerlich! Ne, direkt läch' dir! Aufhören! Ja, was denn? Er macht die ganze Zeit nicht alles durch! Das gibt's doch nicht, Alter! Ja, ich hab' noch nicht in der Haus! Ja, der hat ein Bock auf! Ich hab' das selber zu kurz! Kann's doch noch kurz nicht! Kann sein? Ich hab' ihn jetzt durch! Gut! Team! Wie wird's noch? Ah, geht's noch! Ich hab' ihn jetzt noch! Ich guck seit zwei Stunden einfach ins Spiel und es passiert nichts. Wo doch? Ich weiß nicht, komm. Teams! Joch. Ja, alles schlecht. Ah, Alter. Ja, ja, eines. Ja, einmal später. Erstmal kurz. Ben, komm mal, ich lade dich an, okay? Hä? Kannst du dich an? Ich lade dich an, okay? Kann man auch. Okay. Ich blanch. Ich kann die Unterrichts. Ja. Wirlehili dich. Ja. Ich will hier. gerne taking, A century theatre und einer Der Bedeutтобus zu auch mit einer Das war's für heute. Das war's für heute. Du, King! Moin, es geht, Brudy! Moin, Moin! Moin, Moin! Ja, grüß dich, servus! Moin, Meister! Moin, Meister! Was ist los? Was ist gehören? Was ist gehören, wie auf deine Kopf? Was ist los, Bruder? Was ist, 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 Bruder? Ja. Hallo? Hallo? Willi! Mein alter Freund. Mein, mein, was geht? Digga, komm, du kannst auch nicht zocken. Ich? Nein, der Willi ist. Was ist denn Willi? Jetzt ist der Willi. Hi! Achso, wer ist es? Äh, ja, so mein Freund. Kann ich nicht, aber... Über Youtube, ne? Über Youtube hast du mich kennengelernt, oder? Digga, wir gehen ein wenig weiter weg. Halt's Maul, du zockst auf Handy. Auf welchen Handy zockst du? Digga, Martin hat mich blockiert. Auf welchen Handy zockst du? Ja, dann ruf den an. Ich hab kein Geld. Jo, Leute. Ähm, puh, ja, ich würd sagen... Nein, das ist schon 7. Äh, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Stream gewesen. Ähm, ja, schauen wir mal, wenn ich... Glück hab und's morgen nicht... Wenn morgen schiefes Wetter ist. Werd ich auf jeden Fall morgen nochmal streamen. Aber schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht sicher, Leute. Und auf jeden Fall, Leute. Ähm, das heißt mit dem heutigen Stream. Part rein. Und grüße gehen raus an Duking. Grüße gehen raus an... Bratan OG. Grüße gehen raus an... SkonXi IT. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wenn der Name ausspricht. Und grüße gehen raus an Ben Gamer. Ja, auf jeden Fall, Leute. Das war's heute mit dem Stream. Danke für eure... Danke für die neuen Abos. Danke für die neuen Abos und so. Seid die besten, Leute. Und haut rein bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute.